Und dann müssten wir jetzt auch noch mal kurz dazu sagen, bitte like diesen Livestream, weil der hat ja erst 14.000 Likes und wir haben 500 Zuschauer. Normalerweise, manchmal mache ich mit 30 Zuschauern viel mehr Likes als das, was jetzt hier gerade gemacht worden ist. Dann tippe ich jetzt hier auch einfach mal drauf los und bitte machen. Ja, das ist echt, das Problem ist, gerade eben war schon über 50, 60.000, dann wurde der Livestream beendet und so. Natürlich, die Leute sind ein bisschen müde. Die ganze Zeit auf dem Bildschirm darf man auch nicht vergessen. Das ist auch ärgerlich irgendwo. Ja, natürlich, gerade wenn du immer wieder gemeldet wirst und sowas alles und dann immer irgendeine Verstoßverwarnung bekommst. Wie die Bälle hat den Kisch, 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 Kisch kaputt. Kommt jetzt auf einmal Albaner rein und beleidigen direkt. Wie kann man da, also wir hatten es gerade vom Tippen, also da würde ich lieber 24 Stunden tippen, anstatt so viel Hass in mir zu tragen, weil das macht doch müde, das macht doch einen krank, oder? Ja, da kriegt ja auch der Islam ab, also nicht vergessen. Gott sei Dank machen sie das, damit andere Leute sehen, was das für eine Religion ist und welchen Anhänger sie sind. Verstehst du? Sie schaden nur sie in ihrer Seele und ihrer eigenen Religion. Okay, ich muss jetzt leider raus. Ich muss hier mal was machen. Ich komme gerne mal wieder rein, wenn ich mal Baden habe oder so. Und auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, ja, und du machst das echt großartig. Halt am Herrn Jesus Christus fest und hilf deinem Sohn weiter in dem Glauben zu wachsen. Amen. Ja, ich habe ja das Buch, das werde ich ihm dann auch leihen und soll er da einfach lesen und das wird schon alles gut. Vielen Dank, gerne. Schönen Tag wünsche ich euch allen noch. Ja, tschüss. Wunderschönen Tag noch, Schwester. Was eine wunderbare Schwester, ne, ehrlich. Jetzt muss ich schon zugeben, dass sie so offen und ehrlich auch darüber kommunizieren kann. Gerade Frauen haben ist ja so schwer, ne. Ja. Hallo? Hallo? Das ist der, der dich vorhin auch beleidigt hat in den Kommentaren. Ja? So, guten Tag. Hallo, Zolga. So, wir können uns ja alle auf einer Wellenlänge unterhalten, ne, weil jeder eine andere Meinung hat. Ja. Ich habe eine ganz wichtige Frage an dich, mein Freund. Ja. Ich schwöre auf Koran, meine Mutter soll sterben, wenn ich lüge. Du warst noch nie Moslem. Du bist Jeside und du warst noch nie Moslem und nennst dich Ex-Muslim. Warum? Nein, nein, du brauchst doch nicht zu lachen. Wieso schlürst du aber auf deine Mutter, obwohl du mich gar nicht kennst? Doch, ich kenne dich. Ich kenne dich. Du weißt nicht, wie du redest. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Wenn ich lüge, wenn ich lüge, habe ich gesagt, Leute. Ich kenne ganz genau. Ich lüge aus, als du weißt. Ich rede Adlerblick, ich rede mit ihm. Ich will die Frage beantwortet bekommen. Mein Lieber, warum hast du das? Warum spürst du auf deine Mutter und sagst, ich spüre auf deine Mutter und du hast noch niemals mit deinem Internet-Haus. Ich will nicht reden. Dein Internet-Haus. Ich war Muslim und habe mich nicht mehr mit meiner Religion. Du hast noch nie mit deinem Religion gesteckt. Du warst noch nie Moslem und nennst dich Ex-Muslim. Das ergibt keinen Sinn. Du bist einfach nur ein Islam-Hassler, der versucht, den Islam fertig zu machen. Warum hängt dein Internet so? Er hat sich gefragt, rezitier mal Ali Klaas. Olga, rezitier mal Ali Klaas. Oder ich muss nicht rezeptieren, es geht gerade um die Frage. Ob er Moslein wird. Aha, habt ihr gesehen? Guck, er versucht mich schlecht darzustellen, aber kann meine Frage nicht beantworten. Er kann doch nicht mal das Al-Fatia rezitieren. Er kann doch nicht mal meine Frage beantworten. Du kannst nicht mal meine Frage beantworten. Ich habe die Frage als erstes gestellt. Du tust so als Wetter ein Muslim und kannst doch nicht mal zu Ali Klaas und Al-Fatia. Ich muss nicht mit euch darüber reden, ich rede mit meinem islamischen Brüdern. Ich muss keinem was sagen. Hast du gesehen, wie du dich blamiert hast? So sieht es aus. Nee. So entlang war diese Leute. So entlang war diese Leute. Und jetzt kannst du gerne weiter hier rumtrollen. Das ist unglaublich. Nicht mal das kriegt der Hände. Nicht mal Kulalao Ahatkan der. Nee, nee. Das kriegen sie nie hin. Das ist ja das Problem. Zum Beispiel der Rayaan hatte mich ja letztes Mal so gefragt, was sind die sieben Bedingungen von La, La, Hey, Lala. Und ich habe es ja absolut vergessen. Ich weiß es ja nicht mehr. Dann halt dem habe ich so mal die Gegenfrage an andere Menschen gestellt und keiner konnte mir diese Frage beantworten. Keiner. Mein Internet oder hängt seins? Jetzt kann mir das mal jemand hier reinschreiben. Das war gut, wie du dich expost hast. Wie du den direkt entlastst. Unglaublich, ne? Ich versuche das ja auch immer so, wenn mir so Muslime in diesen Livestreams kommen, da frage ich immer so, du hast ja damals immer so gefragt, hast du denn einen Koran zu Hause? Und da sind schon die meisten dann überfordert, einen Koran zu Hause zu finden. Das ist unglaublich. Ich habe vier Stück hier. Vier Stück habe ich zu Hause. Das ist der Wahnsinn. Da schwirrt der Eiskalt auf seine Mutter. Das ist unfassbar. Nur weil du mal diese Kette getragen hast. Das ist halt dieses Gerücht, ne? Aber ich weiß ja, dass diese Kette halt eben oft von Persern getragen worden ist. Ohne darüber nachdenken. Ich habe das ja zig Millionen Mal erklärt. Aber das kannst du denen erklären. Die möchten es nicht schaffen. Die möchten es nicht schaffen. Ist jetzt jeder Albaner kein Moslem mehr, wenn er jetzt die Albanien-Schlage hochhält? Dann kannst du ja genauso die Gegenfrage stellen. Es geht auch so ein. Es geht auch das Gleiche. Es geht auch so ein. Es geht auch so ein. Ich hoffe. Euch auch. Danke. Mir geht es gut. Mir geht es dir. Auch ganz gut. Dankeschön. Ich sehe dir manchmal so zu, wie du gegen den Islam bist. Ich will erst mal fragen, warum bist du mir dagegen? Ja, also ich finde das nicht gut, dass man Juden und Christen aufgrund ihres Glaubens enthaupten soll und dass man von ihnen Schutzgelder pressen soll. Findest du das auch? Bist du da mit mir oder findest du das in Ordnung? Dass sowas gemacht wird, ist natürlich nicht erlaubt, weil Mensch ist Mensch. Egal welcher Mensch das ist, man sollte das niemandem antun. Ja, aber wie? Der Allah befiehlt doch in Zuge 47 bis 4, wenn ihr auf die Ungläubigen stoßt, dann herunter mit dem Haupt. Und du verstehst das dann wortwörtlich, richtig? Wie wortwörtlich? Du musst ja die Weisheit darin sehen. Es hat ja alles eine Bedeutung, warum, wieso das gesagt wird. Was ich mit Weisheit meine ist, da gibt es eine Bedeutung dafür. Man sollte nicht alles wortwörtlich immer übersetzen. Wenn da steht Töte, dann sollst du nicht töten gehen. Verstehst du? Beispiel. Also, wenn es nicht töten sollst du nicht töten, ist alles umgekehrt bei dir, ne? Ich höre dich gar nicht, ja? Alles umgekehrt bei dir? Nein, nein, alles gut. Ich habe doch nur gefragt, warum fragst du mich jetzt nochmal? Ich meine nur, dass das alles nicht geht, was jeder sagt. Wollah, Internet spackt, ja. Ja, wie soll ich verstehen? Er fährt auf der Autobahn. Sein Internet ist ja, das Netz ist in Deutschland. Kein Problem, alles gut. Das kann ja passieren. Hört ihr mich? Nein, Bruder, sehr schlecht. Jeder darf in unserer Kirche beten. Er sagt so, in der Kirche dürfen keine Juden beten. Wer sagt sowas? Was ist mein Name, ist halt der Muslim? Wie sieht es den Islam aus? So, jetzt ist er da. Hörst du mich jetzt? Ja, ich höre dich viel besser. Ja, also du siehst, dass Allah, Mohammed zum Beispiel befohlen hat zu töten. Das ist aber falsch verstanden, will ich uns damit sagen, oder wie meinst du das? Was? Wie meinst du das? Guck mal, was das Ding ist, ich sag dir mal. Genau, so ein Internet, irgendwas bündel nicht mit der Rettung. Einmal raus und wieder rein. Hallo? 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 Moin, moin. Auf dich soll der Herr Jesus... Moin, moin. Gott segne dich in deine Familie. Auf dich soll der Herr Jesus Christus segnen und an die Muslime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie geht's euch? Danke, ich bin gerade sehr verwirrt. Du hast gesagt, der Herr Jesus Christus soll uns alle segnen und da hast du gesagt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, also für die Muslime halt, aber ihr seid ja keine Muslime, ihr seid ja Christen. Und deshalb habe ich das zu den Christen gesagt, aus Respekt von, muss ja höflich bleiben. Ich dachte, du machst jetzt einen Chrislam daraus, einen Chrislam. Nein, 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 man muss ja höflich bleiben, ey. Aber ich habe eine Frage, es geht über das Christentum. Warum seid ihr so gegen jetzt Kirchen, verstehst du so, Denomination jetzt orthodox und katholisch? Also, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich bin nicht gegen Kirchen oder sowas. Ich bin nicht gegen Kirchen oder so. Ich sage immer zu den Katholiken, Orthodoxen oder Evangelikalen, dass sie noch geboren werden müssen. Ich habe nichts gegen die, ich liebe die alle. Und sage denen immer, Leute, ihr müsst euch Gedanken machen über eure Ewigkeit. Ihr müsst eine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus Christus haben. Ihr müsst euch bekehrt haben und von neuem geboren sein. Aber das machen die doch, ne? Die glauben ja auch, dass Jesus der wahre Herr ist. Die meisten, wenn du sie fragst, die meisten, wenn du sie fragst, sind in ihren Traditionen verstrickt. Ja, also, als ich die Bibel, also als ich einen Teil der Bibel gelesen habe, habe ich sofort verstanden, dass Jesus jetzt da Gott ist, verstehst du? Und auch, dass er eine Kirche gegründet hat, verstehst du? Also, da steht nicht gemein, da steht wirklich er hat auf dem Berg seine Kirche gegründet. Und die älteste Kirche ist ja katholisch, verstehst du? Und meiner Meinung nach ist das auch der Katholizismus, der wahre christliche Glaube, der in den Himmel reich führt, verstehst du? Und der Jesus Christus sagt in Johannes 3, Vers 3, dass wir von neuem geboren werden. Er hat kein Gebäude gemeint oder keine Denomination. Er kennt keine Katholiken, Orthodoxe oder Evangelikale oder was es auch immer da draußen gibt. Er kennt nur wiedergeboren oder nicht wiedergeboren. Es gibt gläubige Menschen, ja, es gibt gläubige. Es gibt Milliarden von gläubigen Menschen, aber nur wenige Wiedergeborenen, verstehst du? Die die Welt überwunden haben. Okay, interessant. Und wie kommt man, also wie wird man laut deiner Auffassung wie Christ? Du musst dich zum Herrn Jesus Christus bekehren. Es muss ein Tag in deinem Leben sein, dass du dein Leben, deine ganze Seele dem Herrn Jesus Christus alles übergibst und an das glaubst, was er für dich persönlich getan hat. Das muss wie in so einem Film vor dir ablaufen. Also du musst dir bewusst sein, dass du ein Sünder bist, dass du auf dem Weg zu ewigen Verdammtes wärst, ohne ihn. Interessant, ja. Du siehst ja, die meisten, wenn du die fragst, sagen, ich bin doch Christ, seit ihr geboren bin ich Christ. Die denken, das rettet sie. Ja. Verstehst du? Aber das rettet sie überhaupt noch ein bisschen. Ja. Also ich habe mich ein bisschen... Ich bin doch getauft. Wie oft hören wir das? Wie oft hören wir das, dass die sagen, ja, aber ich bin doch getauft. Ja, ich weiß. Keiner von ihnen sagt, ich habe mein Leben dem Herrn Jesus Christus übergeben, an diesen und jenem Tag. Ich bin so und so von Neuem geboren. Der Herr Jesus Christus hat aus mir eine neue Schöpfung gemacht. Das Alte ist vergangen und das Neue wurde geboren. Verstehst du? Nur die wenigsten sagen das. Interessant, ja. Ja, das ist... Deswegen kommen die mal hier rein und sagen, ich bin Katholik, ich bin Orthodox, ich bin Evangelikale. Keiner von denen sagt, ich bin von Neuem geboren. Also ich kenne Katholiken, die sagen, ich bin von Neuem geboren und für mich ist Christus der Herr. Würden die nicht sagen, ich bin Katholik zusätzlich? Verstehst du? Ja, aber das spaltet ja so ab, verstehst du? Weil die Orthodoxen, die glauben ja auch etwas anders an Gott, wie die Katholiken, verstehst du? Die sagen ja, dass der Heilige Geist nur vom Vater kommt und nicht vom Sohn. Die Katholiken sagen, nein, der Sohn... Ja, das spricht aber dem Herrn Jesus Christus, weil er sendet den Paragletos, verstehst du? Den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der in uns ist, der Herr ist ein Gott, den einmächtig. Ja, ich weiß. Du kannst den Herrn Jesus Christus nicht anbeten, es sei denn, dass der Geist Gottes in die Wohnung genommen hat. Das kannst du jedem... Frage, du kannst nicht den Herrn Jesus Christus anbeten, ihn preisen, loben und ehren, wenn du nicht den Heiligen Geist in die Hand hast. Also ich habe das tatsächlich zweimal oder so gemacht und die Christen das geraten haben und ich war halt neugierig. Aber mir hat das persönlich nicht wirklich etwas gebracht, da war ich sein gelassen, verstehst du? Aber das bin ja nur ich, das ist ja nur meine Sicht. Du selber musst deine Seele erstmal in Sicherheit drücken. Du musst eine persönliche Entscheidung für den Herrn Jesus und Christus treffen und dein Kreuz täglich auf dich nehmen, eine lebendige Beziehung zu ihm führen. Nur wenn du eine lebendige Beziehung hast, bist du auf den Weg zum Weg zu ihm. Also ich wollte sowieso nicht lange bleiben, denn meine Mittagspause schon kommt. Okay, Gott segne dich und deine Familie. Ich dir auch. Ich dir auch. Amen, Gott segne dich. Ja, die denken immer, ich habe irgendetwas gegen orthodoxe Katholiken oder Evangelikale oder was sonst noch alles gibt. Nein, ich liebe sowohl die orthodoxen als auch die Katholiken und die Evangelikale. Ganz einfach. Ich wünsche mir nämlich von ganzem Herzen, dass sie von neuem geboren werden. Dass sie eine wahrhaftige Bekehrung hingelegt haben. So sieht es aus. Ich kann immer alles annehmen, solange es nicht gegen den Herrn Jesus Christus oder gegen die Bibel spricht. Bis dahin kann ich alles annehmen. Und wenn ich dann merken sollte, weil es auch in einer orthodoxen Kirche ist oder in einer katholischen Kirche oder in irgendeiner Kirche oder in irgendeiner Gemeinde, dann halte ich mich davon fern. Ja, also ich gehe in keine Kirche, wo diese ganzen Statuen drin sind und sowas. Das mache ich nicht. Aber ich finde das halt so zum Beispiel positiv an dir, dass du dann so sagst, ich spreche nicht im Allgemeinen gegen die, sondern halt das sind genauso Gläubige. Also es ist im Endeffekt dasselbe Kernprinzip. Aber so wie du schon sagst, natürlich, es gibt auch gewisse Aspekte, die kann man auch ablehnen an gewissen Kirchen und sowas. Natürlich. Also es gibt einige Kirchen, die sind absolut gegen den Herrn. Ja, frag dich einmal selber. Würde der Herr Jesus Christus eine Kirche betreten? Ich glaube nicht. Mit den ganzen Symbolen, Abbildern und alles Mögliche. Also ich denke, der Herr Jesus Christus würde nicht in eine Kirche gehen. Je nachdem, was für eine Kirche das ist. Ja, wenn da keine Abbilder sind, wenn da dies und das und jenes nicht sind, dann schon. Zum Beispiel dieser Marie Emmanuel, der gefällt mir sehr. Der gefällt mir 100%ig. Und er bezeichnet sich ja selber als Orthodoxe. Aber er sagt ja selber, im Himmel gibt es keinen Katholiken, keinen Orthodoxen oder irgendetwas in dieser Art. Oder gibt es nur Kinder, die zum Herrn gehören oder halt eben nicht? Kinder Gottes, ja. Ja, er ist jemand von ganz wenigen, wo man das Gefühl hat, dass er so wiedergeboren wäre. Aber da muss ich dann wieder, da habe ich auf einmal ein Video von ihm angezeigt bekommen gehabt, als er sagte, ja, ich sage euch, wenn ihr nicht Trump wählt, dann ist es um Amerika geschehen. Da dachte ich mir, ach du Heilige, der empfiehlt einfach so Trump zu wählen und will so versuchen, die Katastrophe aufzuhalten und sowas. Was der Herr schon längst als Gericht vorherbestimmt hat. Muss ich dir mal vorstellen. Da siehst du, dass er jetzt sehr gut predigt, die richtigen Worte wählt, aber dann wiederum diese weltlichen Instanzen auf einmal wieder so uns näher bringen möchte. Merkst du? Ja. Ja, ich möchte ihn natürlich nicht veröffentlichen, gerade ich nicht als einen Monat alter Christen. Also ich kann jetzt hier nicht sagen, der ist falsch. Also ich kann seine Intention vielleicht dahinter verstehen, aber so wie du schon sagst, es sind halt weltliche Sachen. Ja, aber wir müssen dem Herrn Jesus Christus vertrauen, wir haben nichts mit dieser Welt zu tun. Wo ist dein Recht als Christ? Hier auf der Erde oder im Himmel? Ja, im Himmel. Natürlich. Hier auf dieser Erde wissen wir, dass wir verurteilt werden, dass wir verfolgt werden, dass wir beleidigt werden, dass wir gehasst werden. Das wissen wir ja schon im Vorhinein. So sieht es aus. Was willst du denn weltliche Instanzen wählen oder gar weltliche Instanzen? Wir haben das Quatsch. Der Jesus Christus hat sein Recht eingesetzt und egal, welche Obrigkeit jetzt nach vorne kommt, ist er von Gott eingesetzt und wir werden uns unterordnen. Das ist doch ganz einfach. Aber zum Beispiel der Marmarie, da wurde Jesus gebetet. Er hat mit dem Angesicht zu Boden gebetet und hat zu seinem himmlischen Vater gebetet. Machst du das auch? Ich bete genauso, ja. Ich bete auch noch immer im Angesicht zum Boden. Nicht, weil ich jetzt sage, das kommt aus dem Islam und das gehört sich so. Nein, der Islam kam ja auch viele Jahrhunderte später. Ich finde, es zeigt sich halt eben reubütig und es zeigt sich halt eben so demütig gegenüber dem Herrn. Das ist ja klar. Ja. Ja, ich gehe auch immer auf die Knie und bete da. Immer. Aber wir haben ja keine festen Vorschriften. Wie sollen wir beten? Wann sollen wir beten? Wie? Das haben wir nicht. Wir können 24.7 den Herrn erreichen, wenn wir wollen. Wenn wir einfach nur mal eben aufrichtig zu uns selber sind und einfach mal wirklich nach ihm beten, auch wenn es uns vielleicht gut geht gerade. Wir müssen ja nicht immer nur dann nach ihm fragen, wenn es uns schlecht geht. Einfach mal danken für die Situation, die wir jetzt gerade bekommen haben. Einfach mal danken für das Essen, was wir gerade essen dürfen. Ja, warum ist er rausgegangen? Wow, wie geht's, Bruder? Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Gut geht's mir. Dem Herrn Jesus Christus sein Lob und Dank. Aber langsam kriege ich Hunger. Und dann kriege ich immer weiter schlechte Laune, wenn ich hungrig bin. Ich bin nicht ich selbst, wenn ich hungrig bin. Wo gehst du denn gerne essen? Meistens gehe ich gerne All You Can Eat machen, überall, wo es All You Can Eat geht, wo ich meinen Pfanz richtig vollhauen darf. Bist du nicht der McDonalds-Typ oder was? Hey, McDonalds, was will ich mit sowas? Ja, ich gucke immer deine Videos an. Ich bin Muslim, ne? Ja. Ich weiß nicht, was du damit bezwecken willst, ja? Was ich damit bezwecken will? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich will damit bezwecken, dass du selber eine Möglichkeit hast, die Sachen, die ich herausgefunden habe, einmal selber einwirken zu lassen und nicht mal zu fragen, ob das alles von Gott ist und ob das ein Prophet Gottes ist. Hast du mich gehört? Ja, ich habe dich gehört. Ich habe kein Problem damit, aber du kehrst alle Muslime, weißt du, was ich meine? Du setzt alle Muslime gleich. Muslime sind so, Muslime sind das. Es gibt von jedem schlechten, von Christen gibt es schlechte, es gibt schlechte Muslime, es gibt schlechte Buddhisten. Ja, natürlich, aber jetzt müssen wir gucken, woher hat dieser Muslim, der schlechte Dinge tut, woher hat er das? Von seinen eigenen Gelüsten oder ist er bei ihm das seiner Religion beigebracht? Ja, das kann ich dich ja auch fragen jetzt bei den Christen. Ja, aber du kannst doch den Herrn Jesus Christus nichts vorwerfen. Das Vorbild der Christen ist der Jesus. Jesus war sündlos und hat nie irgendetwas Schlechtes getan. Ja, okay. Manchmal sehe ich ja, du glaubst ja an Google. Du guckst ja, du gibst ja viele Sachen bei Google. Ich muss mal lauter sprechen. Sprich mal bitte lauter. Er hat dich gefragt, du glaubst ja an Google. Ja, wir glauben an Sahir, an Google. Du gehst ja immer und beweist das, beweist das und hier steht auch in Google. Du glaubst an Google, ich glaube an Google. Ja, ich meine das nicht so, aber du weißt, was ich meine. Dann googlst du nach und zeigst uns das. Aber gib mal einen der besten Menschen der Welt, wer kommt da raus? Zweite Stelle ist Jesus, dritte Stelle ist Jesus. Und wer ist an erster Stelle? Glaubst du da dran oder nicht? Ja, ich bitte dich, komm. Wenn jemand mir verkaufen will, dass Mohammed der beste Mensch ist und ich sein Leben aber selber lesen kann, dann muss ich diese Google-Maschine nochmal so reintreten. Ja, gib doch mal einen, der beste Mensch der Welt. Was kommt da raus? Gib doch mal einen. Ja gut, Google sagt auch, dass der Islam die gefährlichste Religion ist. Was soll ich jetzt machen? Beweis mir das, zeig mir das. Beweis mir das, komm, bitte. Ja, du weißt das. Nein, ich weiß das. Was wollen wir jetzt googeln oder was machen wir? In allen Hinsichten. Gib das in Google ein, was du jetzt gesagt hast und zeig uns das. Dann glaube ich dir. Hä? Gib das ein in Google und dann glaube ich dir. Gib das bitte. Gib das doch mal ein. Geh mal hier raus und sagst du die schlimmste Religion der Welt. Aber, und wieso wächst der Islam? Wieso wächst der Islam? Das verstehe ich nicht. Ja, durch Geburtenraten, mein Lieber. Wie oft wollen wir das denn durchgehen? Ja doch, mit Geburtenraten. Ja, was denn sonst? Weißt du, wie viele zum Islam kommentiert sind? Maschallah, boah. Das ist doch gar nichts, Mann. Was sind zum Islam, das ist gar nichts. Islamische Gelehrte geben es zu, dass die Leute überhaupt, das ist ein Bruchteil von, sagen wir mal schnell, von einem Nichts. Verstehst du? Von einem gar Nichts. Aber gib doch mal einen, der beste Mensch der Welt. Gib doch mal einen bitte und zeig das den Leuten hier. Ich hol dich gleich wieder rein. Das ist doch nicht normal. Gebt einen in Google und dann seht ihr auf einmal den besten Menschen der Welt. Aber schaut euch bloß nicht das Leben von ihm an. Was ist das bitte, ey? Das ist ja Sahihal Google. Von Google dürfen wir nehmen. Das ist ja Sahihal Google. Das ist ja Sahihal Google. Vielen Dank. Ja, während der Bruder gerade weg ist, warten wir erstmal hier in Ruhe. Falls irgendjemand einen Vorschlag hat, kann ich auch irgendwas aus der Bibel rezitieren. Ist auch kein Problem. Irgendein Salm oder so, falls ihr irgendwas habt für mich, kann ich den jetzt hier gerne kurz aufschlagen für euch. Dankeschön Bruderherz, der mir geschrieben hat, dass er mich liebt. Ich liebe dich genauso, so wie ich aber jede Menschen liebe. Salm 91, alles klar, ich hole mal eben kurz mit dem Liegel. Die liegt ja immer an meinem Bett. Ich war nur gerade am Kochen, deswegen einen Augenblick. Salm 92, da haben wir einen Salm 91, so dann lese ich euch jetzt mal gerne den Salm 91 vor. Salm 90 aus der Schlachter 2000. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen fittigen Decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Fall, der bei Tag fliegt. Vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird mit seinen Engeln deinen Wegen Befehl geben, dass sie dich behüten und auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten, weil er sich an mich klammert. Darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn setzten mit langem Leben und ihn zustoßen lassen. Mein Heil. Amen. Dann würde ich jetzt mal selber aus meinem Interesse heraus meinen Lieblingszahlen lesen, und zwar den Psalm 23. So, der Psalm 23. Ich lese gerade nicht die Kommentare, deswegen, Leute. Ein Psalm von David übrigens. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Augen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du breitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amin. Das ist mein Lieblingsvers. So als Ex-Muslim liebe ich auch die arabische Sprache und habe mir deswegen diesen Vers auch oft auf Arabisch angehört und kann den auch mittlerweile ein bisschen auf Arabisch. Aber ich möchte das jetzt hier nicht rezitieren, weil mir das ein bisschen unangenehm ist, weil ich sehr viele Aussprachefehler habe. Hat denn noch irgendjemand einen Psalm, den ich jetzt hier kurz aufschlagen kann? Äh, Psalm 136. Sehr gerne, Bruderherz. Schlagen wir mal eben auf. Psalm 27. Warte, ja, ich bin jetzt gerade eh schon auf der Seite. Deswegen, dann bleiben wir jetzt direkt mal hier beim Psalm 27. Sorry, Bruderherz, wenn ich das jetzt hier gerade nicht aufschlagen kann. Dann nehmen wir jetzt erstmal den Psalm 27 und danach gerne die Nächsten, die ich hier vorschlage. Auch wieder ein Psalm von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Herr sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn, mein ganzes Leben lang, um ihm die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlasse mich nicht. Du, Gottes, mein Heil. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Ach, wenn ich nicht gewiss führe, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn. Bleistark und dein Herz passe Mut und harre auf den Herrn. Amen. Was hast du gerade gelesen? Den Psalm 27. Ich habe jetzt hier gerade so während du weg was gefragt. Ja, wer möchte welchen Psalm hören und dann habe ich jetzt hier einige Psalm. Sehr gut. Ja. So, aber jetzt bist du ja wieder zurück. Jetzt können wir wieder ein bisschen zur Aufklärung zurückkommen. Das ist ja kein Problem. Du kannst weiterhin Bibelferse vorlesen für die Menschen. Ja, da fragt jemand nach einem Psalm 51. Dann nehmen wir den jetzt mal als nächstes. Ja, dann liest du direkt beide. Psalm 50 und 51. Sehr gerne. Da haben wir noch Psalm 50. Der Möchtige, Gott der Herr, er redet und ruft die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion der Schönheit vollendung erscheint Gott im Lichtglanz. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft dem Herrn droben zu und der Herr damit sein Volk, er sein Volk richte und der Erde, Entschuldigung, versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst der Richter ist. Höre, mein Gott, so will ich reden. Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott, dein Gott. Deine Opfer wegen will ich dich nicht tadeln. sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Sollte ich etwas Stierfleisch essen oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich am Tage der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Zu den Gottlosen aber spricht Gott. Passierst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Mund in deinen Mund, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirfst? Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdnest du. Das hast du getan und ich habe geschwiegen. Das meintest du, ich sei gleich wie du. Aber ich will zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Seht doch ein, die ihr Gott vergessen habt, damit ich nicht hinweg raffe und keiner rettet. Wer Dank opfert, der ehrt mich und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Amen. Das wäre der Psalm 51 erstmal. Können wir direkt weitermachen mit dem Psalm 51 oder? Ja, gerne. So, Psalm 51, dem Vorsitzenden von David, als der Prophet nachfangen zu ihm kam, weil zu Barfesa eingegangen war, oh Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein vor meiner Schuld und reinige mich vor meiner Sünde, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist allzeit vor mir. An dir allein habe ich... Entschuldigung. Siehst du, der David, der bittet immer wieder den Herrn um Verzeihung und Vergebung und streit nach Vergebung, weil er so viel Unsinniges auch getan hat. Wir sehen das halt, dass der David sehr, sehr heftige Dinge getan hat. Aber er den Herrn, Jesus Christus, immer, also ja genau, den Herrn, immer wieder um Vergebung bittet. Ja, so sind wir doch alle. Alle von uns sind doch Sünder. Jeder von uns begeht doch irgendetwas, was er nicht tun sollte. Und trotzdem, das ist ja das Wichtige, dass wir immer wieder um Vergebung beten, dass wir immer wieder auf die Knie gehen, dass wir immer wieder auf unser Angesicht fallen. Wir bitten den Herrn, Jesus Christus, einmal in unserem Leben, dass er unsere Schuld tragen soll. Und danach leben wir ein Leben mit ihm und danken ihm jeden Tag dafür, was er für uns auf Kreuz getan hat. Amen. Dann lese ich jetzt mal weiter. An dir allein habe ich gesündigt und getan was Böses in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde habe mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Job, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lasse mich Freude und Wunder hören, damit die Gebeine vorlocken, die du zerschlagen hast, verbirg dein Angesicht von meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit willigem Geist. Ich will die Abtrünge in deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, oh Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige, denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems, dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und ganz Opfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Amen. Das sind wunderschöne Zalme. Wunderbare Zalme sind das allesamt, die ihr hier vorgeschlagen habt. Gerade auch der Zalme 27, glaube ich, war das ja vorhin. Das hat mich ja dann sehr daran erinnert, quasi, wie wir ja hier tagtäglich angefeindet werden und angegriffen werden. Aber natürlich, auch im Angesicht unserer Feinde wird uns der Herr nicht verlassen. Das ist ja klar. Im Gegenteil. Auch wenn wir angefeindet werden, wir wissen ja, dass es definitiv prophezeit worden ist, dass wir angefeindet werden. Das ist ja klar. Das gehörte dazu als Christsein. Keiner hat ja gesagt, dass ein Christ zu sein bedeutet, dass du das schönste Leben haben wirst, dass du das einfachste Leben führen wirst. Das hat keiner von uns behauptet. Gar keiner. Und wenn es so prophezeit steht, dann freue ich mich ja eher noch darüber, dass das so geschieht, wie es geschieht, weil es ist eine Prophezeiung. Also ich müsste mich ja im Negativen quasi so, ich müsste mich aufregen darüber, wenn es nicht so passieren würde. Aber so wie es natürlich auch der Herr sagt, genauso geschieht es auch. Sein Wille geschehe. Aber Leute, nehmt mir das jetzt bitte nicht übel. Ich habe jetzt hier schon übergekochte Nudeln. Ich muss die jetzt hier bitte abschütten und mit der Soße zusammen verrühren, sonst komme ich leider gar nicht mehr zum Essen. Bitte nicht übel nehmen, liebe Geschwister. Vielen lieben Dank. Ich schreibe zwar guten Appetit, aber ich hatte eigentlich gar keine Lust so viel zu kochen bis wir haben jetzt hier nur so den Fertig-Pesto. Aber es reicht. Für diese Uhrzeit reicht es. Ich schreibe zwar Vielen lieben Dank, Violetta Schwester. Ich lese sehr gerne aus der Bibel vor. Leider kommt es halt meistens nicht dazu, wenn man halt mit anderen Sachen beschäftigt ist. Deswegen fand ich das jetzt gerade eine wunderbare Stelle, quasi jetzt einfach mal vorzulesen, während der Bruder auch gerade seine Arbeit verrichtet, natürlich. Dein Sohn liebt Pesto tatsächlich. Ja, ich liebe auch Pesto, aber am besten Selbstgemachte. Aber die Fertigdinger, die gehen auch. Wenn das schnell gehen muss, wenn du gerade keine Lust hast zu kochen oder so, dann kann man das auch ruhig essen. Wo ist der Typ jetzt hin? Der ist arbeiten. Etwas, was wir alle tun sollten, arbeiten. Aber nicht nur im finanziellen Sinne oder so, sondern auch an unserem Geist und an unserem Körper und an allem, was wir besitzen, was uns der Herr allen geschenkt hat. Natürlich sollen wir auch arbeiten gehen. Das ist ja auch sehr wichtig. Aber wie sollst du definitiv auch an unserem Geist arbeiten? Denn das muss ich tun, definitiv gerade so als frischankömmling in diesem Glauben, muss ich natürlich sehr viel an meinem Geist arbeiten, weil mein Geist ist ja noch sehr beschmutzt von der vorigen Geschichte. Ich selber gehe auch arbeiten, tatsächlich. Ja, ich arbeite in der IT. Ich warte jetzt nur darauf, bis der Bruder wieder zurückkommt, dann kann ich mich nämlich stummen, damit ich endlich essen kann. Damit ihr jetzt hier auch nicht alle alleine seid. Ich habe nämlich sehr viel Hunger. Ich habe noch gar nichts gegessen. Vielen lieben Dank, Gottes Segen auch an euch, an jeden, egal ob er jetzt Moslem ist, ob er jetzt Christ oder Jude, Buddhist. Ich wünsche jedem Gottes Segen und Gottes Heil und wünsche mir natürlich, dass er auch auf den Weg des Herrn kommt, weil nur der Herr Jesus Christus rettet, das muss man schon zugeben. Nein, ich warte noch so lange, bis der Bruder Amir zurückkommt, dann kann ich mich nämlich stummen oder aus dem Stream auch rausgehen. Dann kann ich in Ruhe essen, weil es ist ja auch so schlecht für euch, wenn ihr jetzt hier alle im Livestream wartet und keiner ist jetzt da, der jetzt spricht oder so. Deswegen schmatzen tue ich nicht. Schmatzen tue ich definitiv nicht, aber trotzdem gehört sich das nicht. Ich will euch ja auch nicht alleine lassen. Also jeden Tag, wenn ich bete, dann bete ich immer für die gesamte Menschheit. Dann bete ich nicht nur für mich, nicht nur für meine Familie, nicht nur für meine Ex-Frau, nicht nur für mein Kind. Ich bete für die gesamte Menschheit in allererster Linie, immer für die gesamte Menschheit. Was wäre das, wie egoistisch wäre das denn von mir, wenn ich ja nur für mich und nur für meine Familie beten würde? Das ist ja totaler Egoismus. So, ja, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache meiner Familie geht's gut, Hauptsache meinem Umfeld geht's gut, geht's gut. Nein, wir wollen ja das Heil auf die gesamte Erde bringen, quasi, wenn uns das der Herr gestattet, dann wollen wir, dass jeder sein Heil erreicht. Das ist ja absoluter Egoismus und absolute, ja, ich will jetzt nicht hier richtig sagen, nein, definitiv nicht, aber es ist so, wie soll ich das denn erklären? Es ist falsch, wenn wir sagen, Hauptsache uns geht's gut. Nein, es soll nicht nur uns gut gehen. Also lieber geht es mir schlecht und es geht anderen hundert Menschen gut, als wenn es nur mir gut geht. Was ist los? Nein, nein, wir haben jetzt hier gerade ein bisschen debattiert, ein bisschen gesprochen. Es ging darum halt, dass ich zum Beispiel in meinen Gebeten immer wieder die gesamte Menschheit erwähne und nicht nur in allererster Linie meine Familie und mich selber, sondern halt wirklich immer für jeden Menschen bete, weil ich möchte, dass jeder dieses Heil erreicht. Natürlich, wir sollen für alle Menschen beten, hallo? Aber Bruder, ich bin jetzt am Essen, ich stumme mich dann jetzt erstmal. Ja, okay, alles klar, Gott segne dich. Gottes Segen. Gotcha. Hallo, hörst du mich? Herai. Hörst du mich, hallo? Ich höre dich, Herai. Ja, wie geht's dir? Ich bin nervös, so. Was, bist du nervös? Ja. Du brauchst nicht nervös zu sein, du bist hier bei Dr. Schechabu Amir. Gott segne dich von deiner Familie. Deine auch. Gib mir erstmal ein links-rechts Küsschen, beeil dich. Siehst du, wie ich das Ganze auflockere, sodass du nicht mehr nervös bist? Ja, danke sehr. Du bist sehr nett, danke. Gott segne dich. Dich auch. Also, ich wollte mit meinen Kollegen anfangen, das Neue Testament zu lesen. Ist das so gut, oder? Ja, natürlich, das ist sehr gut. Du bist ein sehr, sehr schlauer Junge. Danke sehr. Also, ich bin jetzt noch zur Zeit, also Alevite. Ja. Also, ich interessiere mich halt jetzt mehr so für halt Jesus Christus und so. Ich glaube an ihn mehr jeden Tag. Hammer, Halleluja, sehr gut. Aber es ist am Anfang einfach schwer, weil ich halt also nicht so religiös allgemein so war am Anfang so. Okay, kein Problem. Keiner von uns war am Anfang religiös oder so. Wir haben auch nichts mit Religion zu tun. Du musst deine Seele in Sicherheit bringen, weil das geht bald los mit der Zerstörung Europas und Neue Weltordnung. Und hast du nicht gesehen. Du siehst ja, was abgeht in Frankreich. Das kommt jetzt bald auf uns auch rüber und so. Das ist heftig. Ja, schade. Deine Seele musst du in Sicherheit bringen. Alles andere ist erst mal unwichtig. Deine Seele ist wichtig. Okay. Hörst du mich? Ja, ja. Ja. Also, du musst dich auf jeden Fall in Richtung Jesus Christus bewegen und deine Schuld vor ihm bereuen in einem Gebet und sagen, Herr Jesus Christus, bitte vergib mir alle meine Schuld. Ich komme heute zu dir und lege alles am Kreuz ab. Vergebe mir alles, was ich in meinem Leben getan habe und noch tun werde. Decke mich zu mit deinem heiligen Blut, was du für mich vergossen hast. Und lass mich von Neuem geboren werden. Okay, ich mach's dann. Also, ich versuch's dann mal, ja. Ja. Also, ich hab zum Beispiel bei so einem Kommentar geschrieben, ich bin ja Türke. Und ich hab gesagt, ich interessiere mich halt für das Christentum und so. Und dann kommen alle Muslime und beleidigen mich und sagen, ich wäre kein Türke, ich bin Grieche und so. Also, schon schade so. Ja, du kannst ja türkisch reden, damit sie so sehen. Ja. Du kannst denen ja sagen, auf türkisch, dass sie aufhören sollen, dich zu beleidigen. Das könntest du ja machen, oder? Ja, aber die sind manchmal so aggressiv. Ja. Ja, was bist du denn jetzt? Türke oder bist du Grieche oder was bist du? Nee, ich bin Türke. Kannst du denen sagen, dass sie aufhören sollen, damit auf türkisch? Also, ich kann nicht gut türkisch, ne? Und ich bin jetzt schon hier so nervös, also. Ja, aber ich denke, das kriegst du ja schon hin, oder was? Zu sagen, dass... Ich kann schon reden, so, ne? Ja, wie heißt das denn bei euch auf türkisch? Was? Das ist jetzt die Schluss damit machen sollen. Bei uns heißt es auch Baskon. Habe sich nassern. Was? Was meinst? Ich habe dich nicht verstanden. Ich habe gesagt, auf deiner Sprache, was bedeutet was? Also aufhören. Was? Meinst du das Wort was? Nee, was. B-A-S, was. Was heißt, wieso? Drücken oder nicht? Bitte? Drücken oder nicht irgendwie so? Ja, also bei uns heißt das, also dieser Satz Baskon, also das heißt, hör auf. Baskon. Aha, nee, ich dachte, du meinst was anderes, okay, dann. Aber es ist ja auch völlig egal, aus welchem Land du kommst oder was auch immer du bist. Es geht um deine Seele und dass du deine Seele dem Herrn Jesus Christus übergibst. Das ist das Wichtige. Das ist das Einzige Wichtige. Aber es ist schon schwer, weil meine Eltern haben ja so wegen Islam so Vorurteile, weißt du? Ja, weil die Angst um dich haben. Weil die Angst um dich haben und deine Eltern schlau sind und erkannt haben, was der Islam ist. Sie haben eben Angst, dass ich jetzt falschen Menschen zuhöre und dann eben halt wegen IS und so. Ja, das siehst du mal. Was meinst du, denkst du, deine Eltern sind die einzigen Eltern hier in Deutschland und Europa, die sich unfassbare Sorgen machen um ihre Kinder, dass sie in die Moschee gehen und eventuell mit irgendwelchen wahnsinnigen Leuten in Berührung kommen und radikalisiert werden und aus ihnen Monster werden. Ja, siehst du, sehr viele Eltern haben Angst vor dem Islam und würden am liebsten den Islam so selber total Einheit gebieten. Ja, also ich habe schon gelesen, was in den Hadithen steht. Also ich habe halt deine Videos geguckt und so, also alle und so. Ich war so am suchen. Ja, schön. Ich hoffe und bete, dass du selber deine Entscheidung für Jesus Christus triffst. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich finde es auch irgendwie schön, also dass man, also dass auch Jesus sagt, dass man halt, auch wenn die anderen dich beleidigen, dass man trotzdem halt besser sein soll, indem man halt die segnet zum Beispiel. Sehr, sehr gut, ja. Segnet die euch beleidigen, bittet für die, die euch flogen. Sehr gut, dass du, dass du in Jesus Christus auch das moralische und vollkommene Vorbild siehst, ne? Ja, ich habe auch meinen Kollegen, also der ist Grieche, mein Kollege. Wir haben zum Beispiel, wir haben gestern angefangen zum Beispiel halt die Bibel zu lesen. Also ja, wir haben eine App halt benutzt. Sehr gut, ja, Mann. Und ich habe auch bei so einer Seite, die du empfohlen hast, eine Bibel bestellt. Also eine Quatsch-Bibel. Ja, sehr gut. Das ist mein Testament. Sehr gut. Ich bete für dich, dass du durchdenkst. Danke dir. Hörst du, mein Jesus Christus. Am besten, du machst das heute noch anstatt morgen, dass du auf die Knie gehst und sagst, ja, Jesus Christus, ich komme mit all meiner Schuld zu dir und bitte dich, in mein Herz reinzukommen und mir zu vergeben, das, was ich in meinem Leben angehäuft habe und noch tun werde. Decke mich zu mit deinem heiligen Blut. Rette mich. Sende mir deinen heiligen Geist und lass mich von Neuem geboren werden. Einfach ein Gebet aus dem Herzen, um Vergebung zu bitten. Ja, ich mache das dann später, ja. Gott segne dich. Du schaffst das. Du schaffst das. Gott segne dich. Danke vielmals für die Hilfe. Gerne, mein Lieber. Du kannst jederzeit immer wieder reinkommen und erzählen, ob du den Herrn Jesus Christus angenommen hast. Oder vielleicht müsstest du den Herrn Jesus Christus hier vor allem annehmen. Also ich würde gerne schon ein Dings machen, also später, wenn ich jetzt weg bin. Ja, kein Problem. Wie du möchtest, du bist zunächst gezwungen. Das wäre halt schön, dass du anderen Menschen auch Mut gibst, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Okay. Aber ich mache es halt trotzdem, weil es so später alleine ist. Kein Problem. Du kannst selber für dich selber entscheiden. Ob du das hier machst oder für dich selbst machen. Wir freuen uns, dass du eine Entscheidung für Jesus Christus treffen möchtest. Ja, danke sehr. Gott segne dich, mein Lieber. Euch alle auch. Okay, ciao. Ciao, ciao. Wie heftig, ne? So viele Menschen, die durch die ganzen Videos aufmerksam werden, was da abgeht. Ja, das ist heftig, wie der Herr Jesus Christus uns alle benutzt, ne? Und jeden Einzelnen dazu bewegt, das Ganze auch nach vorne zu treiben, ne? Wir sind mit einer der stärksten Communities hier, glaube ich, auf TikTok oder was, ne? Und ich habe ja noch nicht mal so viele Follower und trotzdem sind sehr, sehr viele Menschen immer hier in meinem Livestream und ich finde das sehr, sehr schön, dass die Leute so die Botschaft des Herrn Jesus Christus hören. Allein sein Vorbild, seine Art und Weise, wie er gelebt hat, zwingt uns alle schon auf die Knie. Die Wortwahl, das Leben Jesu Christi und sein wundervolles Verhalten gegenüber auch anderen, ne? Und wir danken Gott dafür, dass er stellvertretend für uns bezahlt hat, ne? Eigentlich die Strafe hätten wir alle verdient, aber der Gerechte hat das für die Ungerechten auf sich genommen. Wie ein liebender Vater hat er die ganze Strafe auf sich genommen. Da schießt also jemand mit einer Kugel auf uns und da springt er wie ein Bodyguard vor uns und er leidet den Tod, damit wir leben. Gibt es was Schöneres als den Herrn Jesus Christus? Du kannst noch Millionen Jahre suchen. Du wirst nichts Schöneres als den Herrn Jesus Christus finden. Denn es gibt niemanden, der uns gezeigt hat, was Liebe bedeutet, als nur der Herr Jesus Christus. Die schönste Figur der Weltgeschichte, die schönste Person, die es je gab. Der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist. Manchmal fragt man sich so, was ist denn so tolles an uns, dass er so die Gestalt eines Menschen angenommen hat, um für uns zu bezahlen. Und dann begreifen wir seine Liebe, wie unfassbar groß seine Liebe zu uns ist. In menschlicher Form da zu lassen. Absolute, einmalige, wundervolle Liebesbotschaft. Habe ich noch nie sowas gehört. Und das ist es, was jeder Mensch von uns braucht. Die Liebe Gottes in Jesus Christus. Ja zu Jesus Christus, nein zur Religion. Ja zum ewigen Leben und nein zu allen anderen Wegen. Halleluja. Ich kriege direkt Freude, wenn ich darüber rede mit den Herrn. Das gibt mir sofort so eine Art Freude. Das kann ich euch nicht beschreiben. Es ist vollbracht. Allein nur, wenn ich an diese Worte denke. Es ist vollbracht. Er hat alles vollbracht. Wir dürfen leben. Es ist unglaublich. Der Herr Jesus. Ich wünschte, der Herr Jesus Christus würde sich so einmal uns zeigen. Das wäre heftig, wenn wir den so einmal so sehen könnten. Einmal so, einmal nur so sehen und dann ist er wieder weg. Sodass wir ihn einmal kurz so sehen und dann ist er wieder direkt weg. Das wäre heftig. Das wäre so wundervoll. Bald, Amir, bald. Ja, richtig. Amen. Wir werden den Herrn Jesus Christus sehen. Halleluja. Hallo. Hallo. Was geht, Amir? Was? Wie geht's dir? Ach so, ich dachte, du kommst aus Amerika schon wieder. Die amerikanischen Leute sind auch immer bei mir. Nee, 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 nee. Ich komme nicht aus Amerika. Mir geht's ganz gut. Den Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Immer, wenn ich über den Herrn Jesus Christus spreche, da geht mein Herz auf. Weil er so schön ist, weil er so diese Liebe in den Personen ist. Ich verstehe dich dazu 1000%. Das kann nur jemand verstehen, der im Herrn Jesus Christus ist. Bei mir war es lange kurz anders. Wenn man diese Liebe auch verinnerlicht hat, was der Herr auch für uns am Kreuz getan hat. Ich muss dir kurz was sagen, Amir. Bei mir war es lange Zeit anders, bevor ich zu den Glauben gefunden habe. Ja. Weil ich lange in Haft war und alles. Und dieses ganze Islamzeug und alles drum und dran, ne? Also ich rede hier gar nicht schlecht oder respektlos oder irgendwas drüber. Aber das wird irgendwie alles vermodelt. Weißt du, was ich meine? Der war es. Die reden alle. Da drüber. Früher habe ich gebetet und habe gemacht und getan und dies und das, weil ich mich so anerkannt gefühlt habe. Hey, betest du, machst du Ramadan, machst du dies, machst du das und was weiß ich was, Alter. Erst ab da warst du ein guter Moslem. So. Bis ich älter geworden bin und nach der Haft gesehen habe, wo die alle sind, die mir damals die Fragen gestellt haben. Hey, bist du Moslem, machst du Ramadan. Alle waren in Clubs. Alle sind immer noch in Clubs. So, das sind dann die richtigen Muslime, wo du dir denkst, hey, was ist das für eine Religion? Was, äh, die fragen dich, mich, ob ich Ramadan mache, ob ich ein Moslem bin, ob ich bete. Und dann siehst du die an die Tür an, die sie vorbeiziehen, so. Deswegen, da kann irgendwas nicht stimmen. Und diese ganze deutsche Reparatur und das ganze Zeug von denen, dies, das ist alles Mode. Du hörst Leute, die sagen, ja, 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 die wissen nicht mal, was das bedeutet. Die nehmen irgendwelche Wörter in ihren Mund, wo du dir denkst, äh, diese Wörter gibt's da jetzt, wie viele Tausende von Jahren. So, Hauptsache, die sind irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja, ja, das ist der Wörter. Für mich ist einfach... Ja, das ist jetzt Mode geworden, durch Sparello, Pasta und so, ne, die ganzen Leute, die da bei TikTok ihr Unwesen teilen. Aber schau dir doch den armen Jungen an. Er ist ein ganz armer Junge. Für mich ist das, was du gesagt hast, einfach, Jesus Christus, das ist... Es gibt nichts Schöneres auf der Welt. Amen. Und das... Aber das verstehen viele nicht. Hast du deine Entscheidung persönlich bei Jesus Christus getroffen? In mich zu 100 Prozent. Da gibt's keinen Weg zurück. Nur ein Weg nach vorne. Amen. Alles andere als wundervolle, wunderbar. Was war denn der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, der Jesus Christus, er ist die einzige Wahrheit, ich muss ihn annehmen. Boah, das war eine Zelle, das war 2016. Und da hab ich, äh, da ist ein Mann reingekommen, der ganze Zeit mit uns gebetet hat im Hofgang. Und ich bin immer an denen vorbeigelaufen und hab gesagt, ihr Kafiris, ihr Kafiris, was ihr seid. Bis der Mann irgendwann alleine mit mir geredet hat. Ich hab mit ihm mitgebetet. Und beim Beten bist du... Kennst du das, wenn du zusammenbrichst? Komplett zusammenbrichst. So, und das ist dann halt passiert, ne? Dieses komplette Zusammengebrochene beim Beten, dass der Heilige Geist über dich kommt. Und seit dem Tag ging es gar nicht mehr anders. Es geht nicht anders. Ja. Ich hör dich immer so abgehakt. Abgehakt? Ja, manchmal kommst du so abgehakt drüber. Also, wie war das nochmal? Du hast gebetet und dann kam es über dich oder wie? Im Gebet, ja. Wie, wenn der Heilige Geist über dich kommt? Im Gebet. Also, okay, ja, ja, okay. Diese Gänsehaut, dieses Gefühl, das alles. Du brichst ja komplett zusammen im Gebet. Ich hab ja komplett losgelassen. Was du beim fünfmal am Tag wehden nicht schaffst, ne? Das ist ja... Da musst du ja noch Ramadan machen, dann musst du noch das machen, dann musst du noch das machen und das machen. Und dann musst du noch... Für Samstag musst du dich fertig machen für den Club. Als dann bist du ja erst ein Juta Moslem, wa? Genau. Kommst du aus Berlin? Ja, ich bin von Berlin nach Wittsburg gezogen. Dr. Cekha, aber ich weiß immer, wo ihr alle herkommt. Ja, doch, ja. Da siehst du mal. Ich weiß immer einiges, ne? Wie bist du denn mit dem Glauben gekommen? Einiges höll ich da sofort raus, ey. Wie lange hast du den Glauben schon? Oder wie, du Ex-Muslim. Also bist du ja auch im Islam groß geworden. Genau. Ich bin in einer islamischen Familie. Und ich habe als kleines Kind dann halt... Aber die hier in Deutschland aufgewachsen sind, gar nichts mehr mit dieser Religion zu tun. Bis dann irgendwann mal auch der Punkt angekommen ist, wo man sich dann mit der Religion beschäftigt. Weil man diese geistliche Reife dann auch erreicht hat. Und man sich Gedanken macht um seine Ewigkeit. Weil man das spürt, dass da irgendwas auf uns am Zukommen ist nach dem Tod. Also ich wusste immer schon, dass etwas nach dem Tod auf uns zukommt. Aber ich habe das meistens verdrängt. Aber im hohen Alter, also wenn du ein Alter erreicht hast und deine geistliche Reife immer weiter wächst, dann merkst du, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und du dir dann sehr, sehr oft Gedanken machst. Und diese Gedanken werden immer stärker und stärker. Und ich dann irgendwann mal auch herausfinden musste, was passiert mit mir nach dem Tod? Das ist die Frage, die jeder Mensch sich einmal stellen sollte. Was passiert, wenn wir unsere Augen schließen und nicht mal hier zurückkommen? Was passiert danach? Ewiges Schwarz oder das war... Nein. Du wirst für alle Taten, die du hier auf der Erde getan hast, Rechenschaft ablegen müssen. Ja. So ist das. Oder du kommst ja in die Hülle, ne? Was? Im Islam würden wir immer in die Hülle kommen und hätten ja nie ein Schwarz auf das Paradies oder sonst was. Ja, die Muslime haben ja in ihrer Doktrin, dass von 99 ins Höllen vorfällt. Ja, genau. Wir wissen ganz genau, dass Gott kein Idiot ist und die Hölle ewig und darin... Jetzt höre ich so abgehackt. Aber vielleicht ist es dein Empfang. Dein Empfang. Dein Empfang. Hä? Ist es mein oder dein Empfang? Mein Empfang. Ach so, okay. Und ich laufe in der Wohnung rum. Ja, jetzt hörst du mich wieder, ne? Jetzt, ja. Ja, das ist doch schön. Aber ich weiß ja mal über alles Bescheid, Amir. Also alle bei ihm reinkommen. Ihr könnt nichts falsch machen hier. Und das ist gut so. Ich finde das gut. Ich finde das sehr gut. Guckst du mich? Jetzt, jetzt wieder. Hast du alle meine Videos geguckt? Wie bitte? Hast du alle meine Videos geguckt? Ja, ja, klar. Klar habe ich sie angeschaut. Okay, dann Gott segne dich. Gott segne dich und wir hören uns dann bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall dich auch. Und alle in dem Chat hier auch. Ciao, ciao. Alles Gute. Amen. Amen. Wie Pampers. Wie Pampers. Kann man mich hören? Kann man mich hören? Armin, ich habe mal eine Frage. Also. Armin, ich habe eine Frage. Hörst du mich oder nicht? Auf jeden Fall. Du musst schon ein sehr trauriges Wesen sein und deine Familie muss dir anscheinend kein Benehmen beigebracht haben, dass du ehrenlos bist. Wie kann man sich männlich fühlen, wenn man lügt, wenn man hetzt, wenn man nicht mit Benehmen vorgeht, wenn man keine Einsicht zeigt. Das sind alles Charakterschwächen, so eine Person ist weder männlich noch weiblich, sondern einfach ein Weichling. Wie kann man einfach Usul al-Hadith, Uluma al-Quran, Usul al-Tafsir und all diese Dinge ignorieren, die schon seit Jahrhunderten, seit über 1400 Jahre vorhanden sind. Wo die Gelehrten das ständig und ständig immer wieder anwenden, in jedem einzelnen Land, in jedem einzelnen Land. Und dann ignorierst du diese Methoden, wie man mit den Hadithen, mit der Sunnah umgeht, obwohl sie seit über 1400 Jahren vorhanden sind. Du ignorierst die Methode, wie man mit den Koran-Texten umgeht, obwohl sie seit über 1400 Jahren vorhanden sind. Du ignorierst die Interpretation der christlichen Gelehrten, ob sie evangelisch sich nennen oder katechistisch, katholisch, orthodox, die seit Jahrhunderten vorhanden sind. Die ignorierst du auch. Dann nehmt ihr zum Beispiel Hadithe, Überlieferungen und fängt an mit eurer eigenen Fantasie zu interpretieren. Und ihr widerspricht dabei über 1400 Jahre Konsens, Einstimmigkeit, wo nicht eine einzige Person abgewischt ist von der Deutung. Aber ihr weicht ab. Ihr weicht ab. Und das ist eure Hintergrund. Hörst du mich, Armi, oder nicht? Ja, wer ist da? Was hast du da erzählt? Ich hab gesagt, guck mal, man kennt das ja. Wenn man schwach ist und pleitert an Argumente, dann kickt man. Dann stummt man. Dann lacht man. Dann macht man Sprüche. Weil man eben keine Argumente hat. Wenn etwas für mich witzig ist, dann lache ich darüber. Wenn jemand ignorant scheitert, dann lache ich darüber. Wenn jemand nur Quatsch macht, dann lache ich darüber. Wenn jemand sich nicht hingesetzt hat und sich ernsthafte Gedanken um seine Ewigkeit gemacht hat und Quatsch erzählt, dann lache ich darüber. Das ist gerade nur Sprüche, Klopferei und Rhetorik. Weil du am Ende pleite an Argumente bist und du kannst dich nicht denken. Das ist Realität und nicht Realitätsverweigerer. So sieht's aus. Okay, dann hab ich eine Frage an dich. Wo ist denn der Unterschied zwischen Behauptungen und Fakten? Wenn ich sage, ich bin ein Pinguin, dann ist es eine Behauptung, weil ich keinen Schnabel und keine Flügel hab. Aber wenn ich sage, Menschen müssen atmen, dann ist es ein Fakt, weil es durch die Realität bewiesen ist, ohne widerlegt werden zu können. Dann wend mir das Prinzip mal jetzt an. Was bist du denn? Atheist oder was? Warum willst du denn aus? Dein Atheismus oder was? Nein, auf keinen Fall. Ich bin Muslim, Alhamdulillah. Und die Sache ist, das was du machst... Wie kannst du denn Muslim sein, wenn dein Gott nur wissenschaftliche Fehler macht? Wie kannst du da Muslim sein? Siehst du, und daran merkt man, dass du der Realität... Und da sieht man, dass du eben der Realität widersprichst, weil du stellst eine Behauptung auf, die du aber durch die Realität nicht beweisen kannst. Natürlich. Natürlich, du widersprichst gerade der Realität. Dein Gott sagt, dass Frauen Spermien haben, dass aus den Rippen rauskommt. Ah, siehst du, und da hat man dich sofort gepackt mit der Realität. Nein, das stimmt nicht. Nämlich der Text... Guck mal, hier kommt die Antwort. Also, danke. Lass mich doch antworten. Lass mich doch antworten. Lass mich doch antworten. Ich weiß, du hast Angst, weil du pleite an Argumente bist. Du versuchst, dass du übersprichst. Wir haben alle Angst vor euch. Wir haben alle Angst vor euch. Du hast ja recht. Ja, okay, warte mal. Beruhigen wir uns mal und lass uns mal sachlich reden, weil mit Sachlichkeit kannst du nicht umgehen. Und das ist unsere Waffe gegen dich. Also, hier kommt die Realität. Hier kommt die Realität. Jede Sprache hat ihre grammatikalischen Regeln und ihre Wortbedeutungen, die auch in Sprachen schon vorhanden sind. Bei uns im Arabischen ist es zum Beispiel in dem bekannten Werk Lisanul Arab, das über Jahrhunderte als einer der besten arabischen Fushaarwerke überhaupt gilt. Und wenn wir in diese Methode, mit diesen Sprachbüchern und Wörterbüchern an den Koran rangehen und die Wörter deuten und sehen, wie sie umzusetzen und zu verstehen sind, dann verstehen wir auch die Beschreibung. Wie zum Beispiel, wenn das steht aus dem Lenden Adams, a.s. oder wenn das steht aus dem Rückenmarkbereich etc. Ja, das sind die Übersetzungen. Aber wie ist denn eine Übersetzung zu verstehen? Ganz kurz, lass mich das erklären. Lass mich das proffektieren. Lass mich doch einfach den Tafin von Ibn Kassir, bist du heftig als Ibn Kassir. Okay, und da haben wir dich schon wieder am Kran gepackt. Okay, da haben wir dich schon wieder, siehst du. Er erwähnt eben Kassir. Er erwähnt eben Kassir. Und was ist mit eben Kassir? Du sagst Kassir, was für Kassir, Mann. Das heißt, das heißt Kassir, das heißt Kassir, nicht mit S, nicht mit S, Kassir, mit TH. Ich sage Kassir, du musst richtig hündern, Kassir. Das ist mit Kassir, mit Kassir. Also, er erwähnt eben Kassir und macht Widersprüche und versucht abzulenken und zu lachen, weil er merkt, er ist pleite an Argumente, wie immer. Aber hier kommt die Antwort. Ibn Kassir ist nicht einer von den Leuten, von denen wir in Bezug auf Tafsir des Quran zugreifen. Warum? Obwohl er Bände voll geschrieben hat und erklärt den Quran erklärt hat. Und da sieht man wieder seine Unwissenheit. Lass mich doch doch... Ich habe versucht, deine Rhetorik zu machen. Ich genieße es gerade. Ich genieße es, weil du noch pleite an Argumente bist. Ich sage es dir... Wer Ibn Kassir ist? Ibn Kassir ist ein Mufassir, also ein Interpret, der nach ungefähr 800 Jahren kommt. Aber Allah befiehlt uns im Quran auf das Verständnis zum Tafsir. Auf wen sollen wir greifen? Auf die ersten drei Generationen. Die Salafu Salih. Oder die Lanhum. Da sollen wir greifen. Wer zitiert denn Ibn Kassir? Wer zitiert denn Ibn Kassir? Irgendwelche Abel oder wie Zahaber? Oh, schon wieder sieht man da eine Unwissenheit. Ibn Kassir zitiert zwar auch von den ersten drei Generationen, auch wohlgemerkt, aber auch die Späterin. Er nimmt auch Leute, er hat auch Leute... Hier, guck mal, ich mache meine Kamera an. Ich habe doch seinen Tafsir hier, seine ganzen Wände. Ich habe sie doch hier auf Arabisch und Englisch. Er erwähnt, er erwähnt, er erwähnt zum Beispiel... Warte mal. Er lies uns mal bitte vor, was Ibn Kassir in Bezug zu Sura 86 Vers 6 bis 7 sagt. Und du hast immer noch nicht recht. Dann schlagen wir, dann schlagen wir den Hadith aus Bukhari auf, indem dein Mohammed noch schlimmere Katastrophen sagt, okay? Okay, guck mal, ganz kurz. Dieses Spiel hast du schon tausendmal gespielt, Mann. Du weißt doch, worauf du ihn ausfälligst. Jetzt gehen wir weiter. Warte mal, ganz kurz. Lass mich doch mal ausgehen, ich habe dir zugehört. Hab doch keine Angst. Ich weiß, du bist ein Angsthäschen. Ich weiß, du bist ein Angsthäschen. Ich habe keine Angsthäschen. Wir haben niemanden hier, vor gar keinen. 100%ig hast du Angst. Glaub mir, du hast Angst. Glaub es mir. Jetzt ist er rausgegangen. Was ist das denn? Ist das ein Typ, ey. Was war das denn, bitte? Oh, wieder rein. Sie ist, glaube ich, wieder da. Hey, nur was der Koran sagt, du kommst doch nicht immer mit Taxi an. Taksia, Bukhari, 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 wir glauben nicht an Bukhari. Taksia, Taksia, genau, Taksia. Warum hast du uns so Angst? Warum hast du uns so Angst? Warum hast du uns so Angst? Ich habe mich nicht rausgekickt oder so. Okay, okay, kein Problem. Da lüge ich diesen Punkt vor. Ey, nur was der Koran sagt, zieht, Kollege, du musst sagen, nur was der Koran sagt, zieht. Aber, meine Ahnung, Mohammed, warte mal, das ist frei. Mohammed, 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 Bruderherr. Du, der Koran sagt, nur was der Koran sagt, zieht und du hast ihn widerlegt. Hey, Job, Kollege, du darfst nicht an dieses Sunnah glauben, du darfst nicht an diese Hadith glauben. Das ist verboten, das ist Schirk, das ist ein großer Schirk, diese Hadith. Dieses Sunnah ist Schirk. Guck mal, wie er uns antreibt. Oh, Alter, jetzt von Adrian. Jetzt kommt weg. Jetzt geht es gar nicht. Sie müssen mit dem Koran beloved verteidigen. Entspann dich doch mal. Schmeiße Sie das Sunnah weg, schmeiße Sie alles weg. Mohammed ist tot und habe ihn nicht nie vergeschlossen. Damit kann nicht er nicht verstoßrendre Turnieren geben, Entspann dich doch mal! Ich glaube es wird Frieden! Wir wollen keine Suna mehr hören! Dieser Suna ist nicht gut! Ich folge nur, ich folge nur, ich folge nicht alleine. Ich folge keine Suna. Ich folge keine Hadith. Alter, wie viel labert dieser radiale Rassismus? Wir waren mit, wir waren mit! Ihr seid Sunniten, ihr seid Ungläubige! Ihr seid Ungläubige! Ich schwöre bei Allah, ihr Sunniten, ihr seid Ungläubige! Ihr seid keine Muslime! Man darf nur den Koran folgen im Islam! Im Islam darf man nur den Koran alleine folgen! Ruhig, ruhig! Die Suna widerspricht den Koran! Die Suna widerspricht den Koran! Und alles was den Koran widerspricht, muss man wegschmeißen! Mohammed, du Wahnsinniger! Du Wahnsinniger! Alles was die Suna widerspricht! Er ist genau die Amir! Er ist genau die Amir! Er ist genau die Amir, die haben die gleiche Krankheit! Er hat die gleiche Krankheit, die Amir! 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 Nein, stopp, stopp! Hallo! Hallo, stopp! Ich hab den jetzt rausgedacht! Ich wollte mich nur ein bisschen köstlich amüsieren! Ich weiß, das wird dir ja in deinem Glauben... In deinem Glauben wird dir ja sowas beigebracht, dich über andere lustig zu machen! Aber bei uns nicht! Allah sei Dank! Wie haben wir den? Ich wollte nur... Das machst du immer! Was heißt das, was er euch da sagt? Okay, jetzt lass uns mal einmal ausgehen! Ich hab den Tod! Er hat dieselbe Krankheit wie dieser Typ! Ihr seid in seinen Augen! Ihr seid in seinen Augen! Ihr seid in den Kupan! Ihr seid in den Kupan! Er hat dieselbe Krankheit wie dieser Typ! Die reden alle ohne Pause! Die haben dieselbe Krankheit! Okay, bist du fertig? Jetzt kann ich mal antworten! Jetzt! Also, Ibn Kassir! Also, andersrum angefangen! Allah befiehlt uns im Koran, Suratul Baqarah, also zweite Surah, Ayah 137 in der Übersetzung! Wenn sie an das gleiche glauben, wie ihr glaubt, dann sind sie somit rechtgeleitet! Also, wenn wir so glauben wie der Prophet und wie die Sahaba, dann sind wir rechtgeleitet! Wir müssen den ersten drei Generationen ihrem Verständnis folgen! Wir müssen ihrem Verständnis folgen! Das ist keine Option, das ist ein absoluter Befehl! Und Ibn Kassir ist nicht von den ersten drei Generationen! Welche Exekte gehörte die Sahaba an? Deswegen, Ibn Kassir gehört nicht von den ersten drei Generationen, somit ist sein Verständnis nicht Maßstab für uns! Er hat auch Leute in seinem Tafsir drin! Er hat auch Leute in seinem Tafsir drin! Er hat immer seine satanischen Anfälle! Er hat immer seine satanischen Anfälle! Habt ihr diese Krankheit gerade gehört? Ibn Kassir ist kein Maßstab für ihn! Er, ein Tiktok-Muslim, der redet so über Ibn Kassir! Einer der höchsten... Er merkt, ihr wirst zu gut sein! Amir, du bist schon wieder... Amir, 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 Jelahse! Wie fertig ist das, was du sein! Ich finde das so genial, dass ihr euern eigenen... Eigene Gedanken so angreift! Aber warum hast du denn so Angst im Mai? Warum hast du immer so Angst, dass jemand ausredet? Warum hast du so Angst? Ich sage dir warum du Angst hast, weil genau weiss, du wirst wieder leben! Rede doch weiter! Du unterbrichst doch jedes Mal an diesem Punkt! Nochmal, du unwissender! Ich bin darüber sehr, sehr erstaunt, dass ihr TikTok-Muslime, die überhaupt gar keine Ahnung habt im 21. Jahrhundert und ich überhaupt gar nichts wisst, dass sie einen Ibn Kassel anknallt. Und genau diese Aussage von dir beweist deine absurde Unwissenheit. Nämlich, nochmal. Schon wieder sagte ich, wer unwiss ist. Guck dir das mal an. Lass mich doch mal erklären, warum. Warum hast du so Angst vor der Erklärung, die dahinter kommen? Warum hast du so eine Angst? Hast du einen Titel im Islam? Sag mal jetzt. Warum hast du denn so Angst? Er sagt einen Titel in den Islam. Schon wieder, schon wieder sieht man seine Unwissenheit. Schon wieder sieht man seine Unwissenheit. Er sagt einen Titel in den Islam. Ich verstehe euch gar nicht. Warum lenkst du ab? Lass mich aussehen. Nein, nicht ganz kurz. Ich bin nicht fertig. ich habe einen Satz. Nein, auf keinen Fall. Ich will meinen Satz erst mal zu Ende reden. Also, die Sache ist Amir. Nochmal. Amir, guck mal. Hör mal zu. Hast du einen Titel im Islam, dass du so frech redest, über Ebed-Kathir und so? Du kriegst gleich deine Antwort und du hast Angst vor der Antwort. Man kennt das, man sieht es an deinem Blick, an deinen starren Blick, dass du versuchst, immer Rhetorik anzuwenden. Und jetzt soll er wieder seinen natanischen Anfall. Okay, jetzt kommt die Antwort. Ich will, dass du mehr Ebed-Kathir anmeldenst. Jetzt kommt die Antwort. Jetzt kommt die Antwort. Dass keiner dir folgt. Jetzt kommt die Antwort. Jetzt kommt die Antwort. Jetzt kommt die Antwort. Jetzt kommt wieder die Antwort. Bist du fertig mit deinem Anfall? Okay. Wie lange willst du denn noch reden? Wie lange willst du noch reden? Mein Satz dauert ja nur 60 Sekunden, aber du hältst es ja nicht aus, ruhig zu bleiben. Die Frage ist, wir können das Ganze ja ganz schnell beendet. Wer ist heftiger und höher? Du oder Ebed-Kathir? Die Antwort sind 60 Sekunden. Erträgst du 60 Sekunden? Nein. Erträgst du nicht. Weil du weißt, du würdest platt gemacht werden. Einmal eine richtige, ganz eine normale Frage. Leute, Leute, wenn ihr die Antwort wollt, folgt mir, folgt mir, dann hört ihr die Antwort, bevor er versucht zu fliehen. Hallo, ein TikTok-Muslim. Folgt mir, Leute. Leute, folgt mir, dann hört ihr die Antwort. Dann hört ihr die Antwort, folgt mir. Dann hört ihr die Antwort, bevor er versucht, zu fliehen. Das macht er bewusst, weil er genau weiß, er würde platt gemacht werden. Folgt mir, dann kriegt er die Antwort. Dass du eben kassiert angreifst, Mann. Raffst du das nicht, oder was? Leute, die Antwort will er nicht hören. Warum? Er will nicht das Warum hören. Will er nicht. Bewusst, weil er weiß, er würde platt gemacht werden. Antwort, Antwort. Ich bin ruhig. Ich sage gar nichts. Guck jetzt. Du wirst dich ruhig sein, weil du nicht Mann bist. Du kannst dein Wort nicht halten. Ja, bitte. Guck mal. Okay, also. Die Sache ist, es kann nicht jeder Mensch aus islamischer Sicht, der sich selbst Interpret nennt oder auch von Millionen von Menschen Interpret bezeichnet wird, das heißt nicht automatisch, dass er ein Interpret des Islam ist. Warum? Weil Allah hat in dem Koran und in der Sunnah die Methode der Interpretation des Tafsir offenbart, wie man vorzugehen hat. So, wenn ein Mensch sich an diese Methode hält, dann ist er ein Mufassir, ein echter Mufassir, ein echter Interpret, der von Muslimen auch akzeptiert wird. Aber da, da die meisten Menschen mit der eigenen Meinung, lass mich mal kurz ausreden, 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 lass mich mal kurz ausreden. Ibn Kathir ist zwar ein sehr bekannter, sogenannter Mufassir, also sogenannter Interpret, aber er kommt erstens, aber erstens, aber erstens, er kommt im ca. 800 Jahre später und ist der Schüler von Ibn Temir, wo man bei denen, bei den Texten auch sogenannte Gelehrte findet, der Asha-Era-Sekte. In ihren Tafsir findet man auch Gelehrte der Asha-Era, wie zum Beispiel Abu Hanifa oder andere. Somit muss man bei Ibn Kathir aufpassen. Wenn man Ibn Kathir seine Werke liest, geht man nicht blind vor, sondern man muss immer vergleichen, zum Beispiel mit dem Tafsir von Imam Tabari oder Qatada oder Mujahid ibn Abbas, weil das sind Personen von den ersten drei Generationen, die keine Fehler in ihrem Tafsir gemacht haben. Das ist die Methode und das zeigt deine Unwissenheit, dass du Ibn Kathir so hochregen möchtest. Okay, wir haben es verstanden. Okay, wir haben es verstanden. Jetzt lies uns mal bitte zu 86,6 bis 7 von Ibn Kathir und schau mal, wen er zitiert. Und dann kriegst du Schock. Nein, wenn du sagst, er zitiert Bukhari. Nein, aha, wirst du nicht. Ich habe nicht gesagt, nein, ich habe gesagt, nein, er, dann ging mein Satz 2 von Ibn. Mach auf und zeig uns, was Ibn Kathir da sagt. Okay, mach ich. Sei kein Heuchler. Sei kein Heuchler. Ich bin kein Heuchler. Doch, wie ein Hippocrat. Okay, sag mal, was soll ich aufmachen? Sag mal, was soll ich aufmachen? Ich frage dich doch, was soll ich aufmachen? Der ist voll gerade in seinem Film. Ich liebe es, wie man ihn platt macht, ophi quer in sein Kinderzimmer und er merkt das nicht mal. Ich sage, was soll ich aufmachen? Nochmal. Suche 86,6 bis 7, du Muschrik. Tafsir Ibn Kathir. Guck mal, wie er sich aufregt, weil er weiß, er wird gerade rasiert. Wie ein Steinküster sagt sie mir, dass ich mich aufrege. Ja, über Dummheiten rege ich mich ein bisschen auf. Ja, da hast du recht. Und da sieht man wieder, wie dumm er ist. Er küsst seine Kinder, seine Schwester, seine Mutter. Er küsst seine Mutter auf die Stirn, auf die Wange. Und er sagt ein Steinküster, weil er nicht versteht, dass wenn man zuneigt. Vielleicht ein Stein mit Füllen aufsorge, mit einem Kuss auf den Stirn von seiner Mutter. Er hat genau das Gefühl, das von Handeln. Guck mal, da sieht man wieder seine Unwissenheit. Wie ein bisschen besser Deutsch ist. Da sieht man wieder seine Unwissenheit. Okay, mach jetzt bitte den Tafsir auf. Er will ablenken wieder. Er will wieder ablenken. Er will wieder ablenken. Guck mal, was der Typ macht. Okay, sag mal. Du bleibst schön hier drin und machst jetzt den Tafsir auf. Du meinst, du bleibst schön hier drin und kriegst eine Verpackung an das Ding. Ich bin doch hier drin. Mach mal jetzt den Tafsir auf. Ich bin immer der Letzte in der Flüchte. Du wirst flüchten. Du wirst mich kicken. Mach jetzt den Tafsir auf. Flüchte doch nicht. Sag mal, 86 und dann. 86, welches Vers? Welcher Vers? Vers 6 bis 7. Vers 6 bis 7. 6 bis 7. Und jetzt schau mal, wer den Ibn Kathir zu deiner Überraschung zitiert. Nee, warum? Ich habe doch gesagt, er erwähnt auch von den drei ersten Generationen. Genau, die erste drei Generationen. Jetzt guck mal, wen er erwähnt. Aber nicht nur. Ich guck mal den Hadith von Bukhadi an, in dem dein Mohammed das nochmal erklärt. Ich weiß, dass dein Glauben dir beibringt, abwertend zu reden, aber tu das nicht. Ich greife auch nicht deine Vision. Nein, dein Glauben beleidigt andere Menschen. Dein Mohammed hat gesagt, wenn ihr auf das stolz seid, was vor dem Islam war, geh und beißt in die PN hier ist deines Vaters. So, komm, Mikrofon. War an. Hallo. Warum stummst du mich denn? Die Leute melden doch schon, dass du pleite an Argumente bist. Die Menschen, die Menschen, die Gleichheit reden, gabst du das nicht? Wir können nicht gleichzeitig reden. Ja, da musst du auch mal stehen sein. Da musst du auch mal stehen sein. Ja, da musst du mal mich ausreden lassen. Da musst du mich mal ausreden lassen. Du bist derjenige, der nicht ausreden. Du bist derjenige, der nicht ausreden. Du bist derjenige, der nicht ausreden. Du lässt niemanden reden. Musst du jetzt weinen? Nee, du musst weinen. Hier ist 86 vor der kleine Junge. Er sagt, nee, du musst weinen. Warte nochmal, jetzt habe ich die. Ich habe die Zura. Okay. Jetzt ist der Kassier von dem Kassier. Ja. Und Leute, glaub mir, wenn ich das jetzt vorlese, er wird danach nicht zulassen, dass ich dann meine Erklärung dazu bringe. Weil er genau weiß, er würde dann nie wieder widerlegt werden. Ich muss nochmal eine Erklärung erklären, ne? Wie kaputt bist du eigentlich? Wie fertig? Nein, ich muss deine Behauptung, deine Behauptung erklären. Wie fertig bist du eigentlich? Deine Behauptung, nicht Erklärung. Deine Behauptung. Und diese Erklärung muss auch nochmal erklärt werden, weil die Erklärung nicht genau war. Deine Behauptung. Komm, geh schlafen, ey. Entspann dich doch. Warum drehst du durch? Warum drehst du durch? Ich rede von deiner Behauptung. Ich rede von deiner Behauptung. Ach, jetzt bitte auf. Ich rede von deiner Behauptung. Ich rede von deiner Behauptung. Weil du weißt, was das eine Katastrophe ist, liest du nicht vor. Er hat schon wieder einen Anfall. Leute, der hat gerade einen Anfall. Hat ein bisschen Geduld. Sein Anfall ist gleich vorbei. Das dauert immer so. Er stottert schon wieder. Warte mal, ich suche doch gerade die Stelle. Du bist doch der heftigste Muslim von allen. Der heftige Überhebung. Habe ich niemals behauptet. Habe ich niemals behauptet. Aber ihn angreifen, das geht, ne? Jetzt lacht er wieder wie so. Warum, warum gackerst du denn eigentlich immer beim Sachen? Hast du Hühner verschluckt? Okay, ich möchte mich lachen, aber deine Art und Weise ist so lustig, dass ich mich darüber belustigen muss, verstehst du? Ja, aber echte Männer haben sich in Kontrolle. Echte Männer haben sich unter Kontrolle. Sie lachen nicht. Echte Männer haben auch, jetzt guck mal, er hat wieder sein Lava-Flech. Er hat wieder sein Lava-Flech. In den Ohren. Er hat wieder sein Lava-Flech. Er hat wieder sein Lava-Flech. Ich hab doch schon längst auf, aber du gackerst doch noch. Mach, 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 mach. Soll ich vorlesen? Soll ich jetzt vorlesen? Soll ich jetzt vorlesen? Lies mal vor, zeig uns mal bitte. Mach mal bitte deinen Screen auf. Mach mal bitte deine Kamera an. Dann werde ich doch hier von TikTok gesperrt. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Kamera, äh, Laptop zeige, werde ich doch gesperrt. Ne, du kannst doch den Tab C ganz normal vorlesen, machen andere auch. Okay, also wenn ich jetzt mal eine Kamera Richtung meine, äh, meinen Laptop mache, werde ich nicht gesperrt. Du kannst deinen Laptop aufmachen und deine Kamera Handy aufmachen, dann kannst du es so zeigen. Okay, einen Moment, hier ist die Stelle, ähm, so. Und da haben wir. Da haben wir das. Da haben wir das. Nehmen wir. Und hier haben wir genau einen Beweis für das, was ich gesagt habe, welche, welche sogenannten Gelehrten Ibn Kathir zitiert, von dem wir aber gar nicht nehmen. Nämlich hier, guck mal Leute, guck mal hier, hier, guck mal Leute. Seht ihr, ihm ist das unangenehm, merkt ihr das, weil ihm in Kathir den Islam verstanden hat und sagt, dass er unangenehm in Afrika rauskommt. Geh mal kacken, Mann. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Lass doch auf. Lass mich doch ausreden, du Feigler. Sobald es brennt, ich verstehe deinen eigenen Gelehrten unter den Bus. Lass mich doch ausreden. Wer sagt denn, dass es unser Gelehrter ist? Wer hat dir denn gesagt, dass es unser Gelehrter ist? Unser Gelehrter ist ihm am Tabberlin. Du, der wahre Gelehrter. Ibn Kathir ist ein Idiot, der muss von dir lernen. Unsere Gelehrten sind, unsere Gelehrten sind Sofiana Fauri. Lass mich doch ausreden. Der greift Ibn Kathir und denkt, der ist höher als er. Das ist so krass. Lass mich doch ausreden, du wahnsinniger Unwissener. Lass mich doch ausreden. Lass mich auch ausreden. Er versucht wieder Rhetorik zu machen. Er versucht wieder Rhetorik zu machen. Er versucht wieder Rhetorik zu machen. Weil er nicht anders kann. Weil er nicht anders kann. Er weiß, er ist pleite an Argumente, weil er ungewiss ist. Du hast gerade richtige Kacke gemacht. Du hast gerade richtige Kacke gemacht. Leute, habt ihr... Habt ihr jemals erlebt, dass er in Ruhe redet, ohne zu schreien, unterbrechen, zu lachen, abzulenken? Ein einziges Mal. Lass uns mal bitte vor. Lass uns mal bitte vor. Du provozierst aber auch mehrmals. Jemand von der Sekte der Aschah, oder? Und deswegen nehmen wir nicht von Ibn Kathir einfach so. Ganz einfach Leerung. Wir nehmen von unseren wahren Gelehrten, wie Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Shafi, Ausai, Ali, Ali und so weiter. Lass uns doch vor, Mann! Hallo! Wie zitiert ihr da alles? Und hier, guck mal, hier steht... Warte mal, wo ist der Anfang? Jetzt kommt die große Katastrophe raus. Ihr ganzen Frauen, ihr habt Spermien, das aus eurem Rippen rauskommt. Guck mal, wie unwissend der ist. Was für ein Trottel. Weil er zwischen den Wörtern nicht... Habt ihr gesehen, wie er mich wieder beleidigt hat? Habt ihr das gehört? Habt ihr gesehen? Du bist unwissend. Das ist keine Beleidigung. Du bist unwissend. Das ist eine Tatsache. Du hast gerade gesagt, du Trottel. Du bist doch ein Trottel! Warum meinst du? Seht ihr, der provoziert, damit ich den rausschmeiße. Merkt ihr? Weil sein E-Mail kassiert jetzt große Klackern. Nein, du suchst nur einen Kopp, dich rauszuschmeißen. Wir wissen das alle. Allah ist ein unfähiges Wesen, das einfach das letzte Buch in die Welt gesandt hat. Das allerletzte Buch. Guck mal. Jetzt fängt er an wieder zu beleidigen. Ihr Frauen haben Spermien. Habt ihr gehört? Sein Glaube bringt ihn bei sich zu belästigen. Sein Glaube bringt ihn bei sich zu benehmen. Leute, schaut ihn mal an, wie er lacht und gackert und wält und unterbricht. Wenn ich die ganze Zeit vorlesen will. Merkt ihr das? Merkt ihr, wie der nicht vorlesen will? Guck mal. Wie ein kleiner Junge versucht, er hat mich zu unterbrechen. Er will mich unterbrechen, weil er weiß, er wird's abnehmen. Also, hier ist der Text. Hier ist der Text. Da steht... Könnt ihr Englisch? Hier steht das. Was der Wörter bedeutet, ist ein Erinnerung an den Menschen, seiner origine. Und dass er von einem Wasser erschaffen wurde. Wasser. Hier steht das Wasser. Das ist Wasser. Übersetzung. Und nicht Sperma. Ja, weiter. Gasschen vor. Warte mal. Gasschen vor. And that the one who created him by means of his power and might is able to recreate him for the recognition. Okay. Also, für die wieder aufherschen. Und dann steht hier. Also, Machschali sagte, if you say, wenn du sagst, what is the connection between the words, so let me see, and the verse that comes before it, there is no human being, but has a watcher over him, would say, the connection is that, what he said, that over every human being, there is a watcher, he followed that by advising man to think of his starting point in this creation. Und jetzt kommt die Stelle. So that he may know that the one who created him is able to recreate him and recompense him, so let him strive for the day of resurrection recompense and let him not cause watcher to record anything but that which will make him happy in the year after. Und hier kommen ein paar Kommentare von echten Tafsir-Gelehrten und auch von Leuten, wo man aufpassen muss. Imam Tabari sagt dazu, ein wahrer Tafsir-Gelehrter, der von den ersten drei Generationen ist so. Was sagt der Rahmatullahi? Er sagt, the commentators, different, also die Interpreten, sind unterschiedlicher Ansicht, as to what is meant by Ataraib and where they are located. Und wo das sich befindet, diese Flüssigkeit oder so sozusagen. Spermien, ja. Spermien, weiter. Einige sagen. Einige. Er sagt mir Spermien. Leute, wie ihr? Er will euch manipulieren. Lasst uns mal beim Wort bleiben. Ataraib. Okay? Machen wir mal weiter. Wie ist denn Ataraib? Was ist das Wasser, woraus wir erschaffen wurden? Spermien! Warte, lass mal weiterlesen. Lass mal weiterlesen, damit wir sehen, wie er wieder liegt. Hier ist fertig, muss ein Mensch nur sein, weil er sich schämt. Guck mal. Lass weiterlesen. Er sagt, ich schäme mich. Ich lese gerade vor, was Leute schon seit 1400 Jahren sagen, aber... Was ist das Wasser mit gemeint? Was für ein Wasser ist denn gemeint? Was für ein Wasser mit gemeint? Das werden wir doch sehen. Das werden wir doch sehen, wenn du Geduld hast. Aber das hast du ja nicht. Du willst dich ja unterbrechen, weil du weißt, du hast Platt gemacht. Hier steht weiterlesen. Hier steht weiterlesen. Guck mal. Lass weiterlesen. Lass weiterlesen. Lass weiterlesen. Lass. 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 Ja, Stump. Stump said. Das kennt er nicht, weil er ungewiss ist. Dieser Arm hier kennt nicht die Unterschiede zwischen sprachlichem Beziehung. Die Leute sind aufgeklärt. Erzähl uns kein Quatsch, Mann. Alle sind aufgeklärt. Du bist jemand, der dein eigenes Wort geht. Lass mich doch rausgehen. Lass mich doch rausgehen. Arm hier ist so ein Wissen über den Unterschied der sprachlichen Bedeutung und der shadiatischen Bedeutung. Lies weiter vor, Mann. Lies vor. Und nochmal. Arm hier kennt... Ah, siehst du, du hast eine bekommen. Du hast eine Markierung bekommen. Ja, weil deine Leute wie du sind. Sie können nicht mit Argumento umgehen. Ja, weil du Wörter benutzt, die sehr, sehr schlimm sind. Achso, genau. Weil ich hier was vorlese. Weil ich hier was vorlese, ich benutze Wörter, ja? Weil du beleidigst. Und das System hat das direkt mitbekommen. Warum? Lass mich doch mal ausgehen. Auf jeden Fall. Arm hier ist so ein Wissen darüber, dass es einen Unterschied zwischen der sprachlichen Bedeutung und der shadiatischen Bedeutung gibt. Wir sind noch bei der sprachlichen Bedeutung. Wir sind bei der sprachlichen Bedeutung. Noch nicht bei der shadiatischen so. Guck mal, hier wird nämlich erklärt. Der Eben Abbas sagt, dass diese Spermien oder was, diese Flüssigkeit, diese Körner in der Ruhe ist. Merkt ihr, wie ihr gerade lügt? Da steht da nicht. Leute, merkt ihr, macht Screenshot. Leute, macht Screenshot. Da steht da nicht. Macht Screenshot. Und dann guckt mal, dass er lügt. Leute, macht Screenshot und liest das durch. Da steht da nicht, was er sagt. Er lügt gerade. Macht Screenshot, Leute. Guck mal, wie er lügt. Macht Screenshot, Leute. Das ist der Text. Das ist der Text. Guckt euch das. Lies mal weiter. Da stand noch gar nichts von Sperma. Und er lügt. Er hat das schon zwei, drei Mal erwähnt. Da steht nicht von Sperma. Kommt denn das Wasser? Von welcher Stelle aus? Die sagen, dass es bei einer Frau im Nackenbereich ist. Merkt ihr, wie ihr versucht zu manipulieren? Merkt ihr, wie ihr versucht zu manipulieren? Warum hast du so an? Beruhige dich doch. Du fällig wahnsinniger, Mann. Bist du völlig gut. Beruhige dich doch einbeziehen. Warum kannst du nicht ruhig reden? Wie kann man denn nun sein? Aber lass mich doch mal kurz ausreden. Ich weiß, du bist pleite an Argumente, aber lass mich doch mal kurz ausreden. Boah, ich will nicht ausreden, ne? Ja, kann ich mal. Wir haben Benehmen im Islam. Wir lassen Leute ausreden. Die ganze Zeit ist da am Reden. Guck mal. Und dann sagt er... Weil du hast doch gesagt, ich soll es. Bleib mal kurz ruhig. Du hast doch gesagt, ich soll es. Warum widersprichst du dir? Du liest auf einmal vor, dass der Cousin von Mohammed gesagt hat, damit ist gemeint, dass das hier... Du hast doch gesagt, ich soll vorlesen. Warum hast du auf einmal Angst? Die meisten, die Eltern getragen werden. Guck mal. Du hast doch gesagt, ich soll vorlesen. Warum hast du so Angst? Lies mal weiter vor. Warum hast du so Angst? Bleib doch ruhig. Bring dir dein Glaube kein Benehmen bei. Wir lachen über den Koran. Wir lachen über diese wissenschaftliche... Ja, genau. Das bringt dein Glaube dir bei. Wie gesagt, Ali Dauert. Das bringt dir dein Glaube bei. Das bringt dir dein Glaube bei. Ivan! Das... Lässt du mich jetzt einmal ausreden? Ich weiß, dass du hast Angst vor meinen Worten. Ja, lies mal bitte vor. Lies mal weiter vor. Du hast doch so eine schöne Stimme, wie du auch Englisch vorliest. Komm, mach mal. Also Leute, da stand bis jetzt nicht das, was er behauptet, dass das Sperma aus dem Hals kommt. Nein, da steht, hier könnt ihr das screenshotten, da steht, dass das Wort im Sprachlichen die Bedeutung auch haben kann, auch haben kann von mehreren Bedeutungen, der Bereich, wo die Frau ihre Kette trägt, nämlich am Hals. Das ist eine sprachliche Bedeutung. Hier steht das doch. Und da steht noch nicht, dass das Sperma rauskommt aus dem Hals oder so. Der Verrückte versucht diese Sachen zu sagen, weil der Pleiter ein Argument ist. Aber hier geht ja die Erklärung weiter. Hier geht doch die Erklärung weiter. Da steht, oh, das ist sad. Also, that the Torahib, also das Wort Torahib, ist der Bereich zwischen Schultern und Brust. Und das ist der Halsbereich direkt. Das ist der Halsbereich sozusagen. Und da kommt das Wort daher, die Spermien von einer Frau. Das steht da nicht. Das steht da nicht. Wir sind immer noch bei der Sprache. Wir sind noch nicht bei der Deutung. Wir sind noch nicht bei der Deutung. Hab keine Angst. Hab ein bisschen Geduld. Lies weiter. Yet others said, also andere Leute sagten zu der sprachlichen Bedeutung, was ist der Bereich vom männlichen Rücken bis obere Brust ist. Und das ist eine einzige Katastrophe, Mann. Das ist eine einzige Katastrophe. Deswegen haben die meisten Muslime den Islam verlassen wegen diesem Haufen, was der da erklärt. Lässt du mich mal jetzt ausreden, du unwissender Mensch. Lass mich doch ausreden. Hab doch keine Angst. Aber seine Gelernte betrifft ja nicht als ungelernt. Hab doch keine Angst. Guck mal bitte, was der macht. Hab doch keine Angst. Hab doch keine Angst. Hab doch keine Angst. Provozier doch nicht so. Provozier doch nicht so. Lies weiter. Das machst du doch die ganze Zeit. Das machst du die ganze Zeit, weil du willst, dass ich dich kicke. Ich will doch nur mit Benehm vorlesen, warum machst du was dagegen. Ja, mach doch. Lies doch weiter. Lies weiter. Aber warum unterbrichst du immer wie ein frecher Junge? Lies doch weiter, Mann. Lies weiter, bitte. Hab doch ein bisschen Islamisches benehmen, nicht Christliches. Lass mich doch einmal ausreden. Islamisches benehmen, dann müsste ich ja sagen, geh und beiß in den PNS deines Allas. Ist das okay dann? Siehst du, dass du ein Kerl musst. Nein, wahrscheinlich hat er das doch gesagt. Sein Prophet hat doch gesagt. Der Geuss ist auf das, was der vorgesehen ist, Zeit war. Leute, ihr seht gerade der arme Yara Pu in voller Montur, wie er auf voller Tour ist, was ihm sein Glaube beibringt. Seine arme Mutter hat ihm kein Benehmen beigebracht. Deswegen beleidigt er Allah, unseren Propheten und so weiter, weil er kein Benehmen von seiner Mutter genannt hat, dass man sich nicht, dass man andere ausreden lässt. Seine Mutter hat ihm kein Benehmen beigebracht. Du hast mich doch die ganze Zeit beleidigt, als trotzdem. Er wird immer belustigen. Er zieht her über unsere Religion, weil er keinen Anstand hat. Leute, das ist am Yara Pu sein Glaube. Das ist ein wahrer Christ. Immer belustigen, lügen, nicht ausreden lassen, unterbrechen, stummen, kicken. Das ist ein wahrer Christ, Leute. Wobei ich die ganze Zeit, wobei ich die ganze Zeit nur vorlesen will. Ich will nur vorlesen, Leute. Ich will nur vorlesen. Ich will nur vorlesen und er hat Angst davor. Das ist ein wahrer Christ. Das ist ein wahrer Christ. Er hat gesagt, ich soll vorlesen. Ich will vorlesen. Er lässt mich zu. Er beleidigt meinen Glauben, meinen Gott. Er beleidigt meinen Propheten, Allah. Habt ihr von mir eine Beleidigung über seine Religion gehört? Nein. Wir sind Muslime. Das ist ein wahrer Christ. Das ist ein wahrer Christ. Er lacht, macht sich lustig, beleidigt, lügt, unterbricht, vertritt die Worte. Was für eine Auffassung. Er versucht wieder zu manipulieren. Das ist ein Glaube. Das ist ein wahrer Christ. Mohammed hat doch andere Leute beleidigt. Nicht wir. Danke, Leute. Danke, Leute, dass ihr beleidigt. Danke, dass ihr beleidigt. Danke, dass ihr überzeugt. Allgemein mit der Bibel den Hintern abwischen. Ist das okay? Habe ich sowas gesagt? Nein. Aber du hast solche Sachen über meinen Glauben gerade gesagt. Von der Allalteruniversität. Du hast gerade über meinen Glauben hergezogen. Ich nicht über dich. Du redest mit mir. Lies weiter. Du redest mit mir. Und ich habe sowas nicht ausgesprochen. Aber du hast solche Dinge über die Glauben gesagt. Wechsel nicht das Thema. Wechsel nicht das Thema. Weil es dir unangenehm wird, wenn ich darauf anspreche, dass du als Christ mein Gott beleidigst. Das kann doch nicht wahr. Ich habe deinen Glauben nicht beleidigt. Ich habe deinen Glauben nicht beleidigt. Kannst du bitte weiterlesen? Ich zähle bis drei. Ansonsten gehst du raus, wenn du jetzt nicht weiterliest. Weil du genau weißt, dass du pleite ein Argument bist. Drei, zwei, eins. Hat dir kein Benehm beigebracht. Habt ihr gerade gehört? Der hat mich auf meiner Sprache beleidigt. Hat er gesagt, du Punkt, Punkt, Sohn. Habt ihr das gehört? Sag dir zu mir, Morda djende. Heftig, ne? Richtiger, der Herr segne. Der Herr segne ihn und seine Familie. Habt ihr das gehört? Weil er das genau gelesen hat, dass die Gelehrten sagen, dass das aus dem Brustbereich, das flüssige Wasser, woraus wir entstanden sind, die Spermien, aus dem Brustbereich, also hier im Nacken, hier im Halskettenbereich einer Frau bis zur Rippe, da die Flüssigkeit sich befindet von der Frau und dass dieses andere Spermium sich zwischen Länden und Rippen von einem Mann befindet. Unfassbar, ne? Und da hat er gerade eben gesehen, dass seine eigenen Gelehrten so einen Haufen Müll erzählen. Und der konnte nicht anders, als mich dann zu beleidigen und meine Mutter zu beleidigen. Leute, geht selber, ähm, äh, jetzt googeln. Surah 86, Vers 6 bis 7, Tafsir Eben Kassir. Dann kommt ihr direkt auf die Seite. Dann kommt ihr direkt auf die Seite. Pass mal auf, warte, ich lese euch das noch mal vor, warte. Da seht ihr, da redet er sogar noch von Benehmen und dann auf einmal beleidigt er meine Mutter. Merkt ihr das? Weil er gesehen hat, dass der Islam Quatsch ist, konnte er nicht mehr anders. Konnte er nicht mehr anders, weil er es mit seinen eigenen Augen gelesen hat. Frauen haben Spermien, das sich in den Rippen befindet. Und das sagen die größten Mädchen, die Saraba, Cousin von Mohammed, Ibn Abbas. Und er zitiert noch andere der Ibn Kassir. Was ein Teufel, was für ein Teufel. Wie der auch provoziert hat, ne? Habt ihr das gemerkt? So sind wir gar nicht. Dann hab ich gesagt, soll ich dann so sein wie Mohammed, der auf einmal angefangen hat, die Menschen zu beleidigen und zu ihnen zu sagen, wenn ihr stolz seid auf das, was vor dem Islam war, geh und beißt in den PNS deines Vaters. Ist dir das dann lieber oder was, wenn wir so reden wie Mohammed? Und dann sagt er, seht ihr, guck mal, wie der beleidigt. Obwohl ich gerade Mohammed zitiert habe. Der ist so fix und fertig gewesen. So fix und fertig kann kein Mensch mehr sein. Das muss ich euch nochmal vorlesen. Das ist so wichtig. Frauen haben Spermien. Allah ist der unwissenste Gott, von dem man jemals gehört hat. Deswegen sagt ja auch Ali Dawah, sagt er, die wissenschaftlichen Wunder im Koran sind alle widerlegt worden. Das ist Nonsens, also lächerlich. Wir dürfen das gar nicht mehr erwähnen. Sonst lacht diese ungläubige Welt uns ja aus. Und dann meint er, ja und, interessiert uns nicht. Obwohl er eigentlich damit sagen will, dass Allah ein unwissendes Wesen ist. Weil wenn er irgendwelche wissenschaftlichen Wunder vorausgesagt hätte, der Allah, dann wäre das natürlich eine Sensation. Aber er hat gar nichts vorausgesagt, der Allah. Der Mohammed hat alles, den Wissenstand zu der damaligen Zeit, hat er einfach kopiert von den damaligen Griechen. Hat er das alles übernommen von Galen, Aristoteles und hast ihn nicht gesehen. Alle wissen wir das. Alle wissen wir das. Der Islam ist am Ende. Das war's. Islam wurde zerbombt und vernichtet. Und deswegen verlassen auch weltweit zig, hunderttausende von Muslimen den Islam. Der Ibn Kathir ist mit seiner Meinung nicht alleine. Der Al-Khutubi sagt jetzt auch nochmal ganz, ganz komische Dinge. Warte mal bitte. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Und das Schlimmste ist ja, dass der Mohammed sagt, dass wenn die Sperma der Frau sich entlädt, wer auch zuerst kommt. Siehst du, der Mohammed sagt, dass die Frauen Spermien haben in Sahih al-Bukhari. Wer auch immer zuerst kommt, weil er sagt, das Wasser der Frau ist dünn und gelb. Und das Wasser des Mannes ist dick und weiß. Ihr könnt nicht mit Dr. Scheer Abu Amir hier debattieren, weil ihr eure eigenen Schriften widerlegen müsst. Nicht mich. Nicht mich. Ihr wisst, dass da Katastrophen sich befinden. Ihr wisst, dass alle... Lasst mich euch vorlesen, was Al-Khutubi sagt. Zu dem Thema mit Sperma, der ist der Frau. Schreibt euch das auf. Das sind Al-Khutubi. Wann 20? Da sagt er folgendes. Zuzure 86, Vers 6 bis 7. Für eine Antwort auf die Frage der Schöpfung müssen wir wissen, wo das Wasser mit dem Sperma gemeint ist, herkommt. Und es werden zwei Wasser gemeint. Das Wasser des Mannes und das Wasser der Frau. Denn der Mensch wird aus diesen beiden Wassern erschaffen. Keine Befruchtung des Eis. Befruchtung des Eis. Wie geht's dir? Warte, wir sind gerade ein Thema am Durchgehen. Allah sagt, dass die Frauen Spermien haben. Dass aus den Rippen rauskommt. Also erst einmal, erst einmal, ich will dich bitten, dass du Allahs Namen nicht mehr in die Nummer nimmst. Aber ich will so oft nach Allah sagen, wie ich möchte. Aber du bist doch ein Christ, oder? Ja, und wir dürfen jetzt arabische Christen, guck mal, der will direkt. Was ist das denn? Nein, nein, guck mal, ich hab paar Fragen an dich nur. Habib, nein, 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 du willst nur ein Match spielen. Nein, warum bist du nur? Warum bist du nur? Nein, warum bist du nur? Nein, warum bist du nicht korrekt von dir? Was ist das hier, Mann? Das ist nicht korrekt von dir, Wallah. Warum machst du das hier mit diesem Match-Anfragen? Mach. Hör auf damit mit diesem Match-Blödsinn. Mach doch. Guck mal, was für ein... Der schickt mir 800 Match-Anfragen, dass ich das annehmen soll. Mach doch, nimm an. Komm, lass uns mal ein bisschen... Da sitzt er einfach oberkörperfrei. Warte, ich muss noch vorlesen. Das Wasser des Mannes kommt aus dem Bereich zwischen dem Rückgrat und den Rippen. Und was das Wasser der Frau anbelangt, sagt eben Abbas, Al-Taraib ist die Stelle, wo die Halskette getragen wird. Dort kommt das Sperma der Frau her. Also zwischen ihren Brüsten. Und es ist überliefert, dass Ikram sprach, mit Al-Taraib sind Hände und Beine gemeint. Geh mal schlafen mit Islam. Das ist unfassbar, ey. Ey, das ist die größte Katastrophe, die ich jemals gelesen hab. Ist das zu faszinend? Aus der Halsgegend. Hier kommt die Sperma der Frau. Und der Mohammed sagt ja auch noch in Zahy al-Bukhari. Warte, wo ist das? Das muss ich euch auch noch mal vorlesen. Einen Moment. Ihr geht kaputt, ey. Deswegen hat er sich auch in Grund und Boden geschämt, weil eben Kaffee die höchsten Autoritäten zitiert. Da gibt's keinen Spaß. Das ist keinen Spaß zu machen hier. Wie der dann auf einmal meine Familie beleidigt hat. Das können die nur noch. Das können die nur noch. Das können die nur noch. Schöne Spermien von Frauen, ey. Und dann sagt der Armin kann nur lachen. Ja, wer kann denn nicht mit mir darüber lachen? Wer kann denn mit mir nicht darüber lachen? Das ist doch Wahnsinn. Frauen haben Spermien, das aus den Rippen rauskommt. Das ist eine einzige Katastrophe, ist das, Mann. Da kommt er mir mit seinem philosophischen Blödsinn um die Ecke. Ja, weil er Angst hat, weiterzulesen und weiterzulesen. Und dass der eben kassiert, weiter die Autoritäten zitiert. Ich kann das nicht glauben. Dass es überhaupt noch Muslime auf dieser Welt gibt. Dass nicht alle den Islam verlassen. Ja, ich wünsche mir das von Herzen, dass noch so viele Menschen wie möglich diese Lüge verlassen und eine Entscheidung für Jesus treffen. Und ihre Seelen in Sicherheit bringen. Und fast weiter. Okay. Okay. Vielen Dank. 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 Ja, nach Christus in Rom. Neben Hippokrates war er einer der bedeutendsten Ärzte der Antike, der noch bis ins 17. Jahrhundert als die medizinische Autorität schlechthin galt, bis sie herausgefunden haben, was Garland da eigentlich für einen Quatsch erzählt. Der männliche Samen. Und er hat alles von der Schuss, der hat er hat, was er hat, was er hat, was er hat, was er hat. Und er hat alles von denen übernommen. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Und er weiß gar nichts. Das weiß gar nicht. Und er hat er alle nachfeinen, das erstmalig war. Und er hat er τα台灣 want, was er hat er hat, was er hat, was er hat, was er hat. wo finden wir das? Sunan al-Nasai 200 und der Gratis-Hadith ist Sahih, bitte wie heißt sie, hier Alexa antwortet, pinn mal bitte an Alexa antwortet, bitte anpinnen Sunan al-Nasai Hadith 200 Mohammed sagt The message of Allah said The man's water is thick and white also die Spermien damit gemeint Water is immer Spermien And the woman's water is thin and yellow Whichever of them comes first the child will resemble their parent Ist das Wissenschaft oder was? Wer auch immer zuerst beim Akt kommt dem wird das Kind ähneln Water is Wasser Water is Be water, my friend Be water Das ist nicht der einzige Hadith guck dich das bitte an Sunan ibn Maja 601 All messenger of Allah Does that really happen? He said yes The water of the man is thick and white And the water of a woman is thin and yellow Which of them comes first or predominates predominates The child will resemble the parent Das ist ne wissenschaftliche Katastrophe, man Und hier haben die das sogar noch Guckt euch das bitte an Hier haben die das sogar noch extra markiert Sunan.com Damit auch gar nichts daneben kommt Damit die Leute auch wissen dass das Spermien gemeint sind Das ist so kaputt und fix und fertig, man Knockout Das ist echter Knockout Weil hier sehen wir, dass das Sperma sind I.E. Sperm Alexa antwortet Bitte einmal anpinnen Sahi Muslim Hadith 311 Bitte Alle lachen Alle lachen über den Islam Alle Und zigtausende Hunderttausende von Muslime verlassen den Islam tagtäglich Und das wissen die Gelehrten auch Deswegen sagen sie auch Wir haben in noch keiner anderen Religion gesehen wie so viele Menschen den Islam Wieso viele Menschen die Religion verlassen wie im Islam Und das war's So sieht's aus Aufgrund dieser ganzen, dem Wahnsinn hier Guckt euch das bitte an In case of a woman sees that she must take a bath Um Suleim said I was bashful on account of that And said Does it happen Upon this the Apostle of Allah Said Yes It does happen Otherwise How can a child resemble her Man's discharge Means Sperm Is thick and white And the discharge of woman Is thin and yellow So So the resemble Comes from the One whose Janus Prevail or dominates Also wer auch immer zuerst von denen kommt Dem wird das Kind ähneln Merkt ihr Lern Arabisch Ja Lean Arabisch Genau Lean Ist das heftig Ist das heftig Das war's Das war's Das war's Das war's Merkt ihr Deswegen hat er sich auch in Grund und Boden geschämt Gerade eben dieser Iraner Ne Der gerade mit mir geredet hat Und am Ende hat er natürlich gesehen Dass der Ibn Kassir so ein Blödsinn erzählt Und die ganzen Sahaba Am Zitieren ist Die genau das gleiche sagen Somit das Authentisch und stark ist Ja Und dann Natürlich fällt dem nichts anderes ein Als die ganze Zeit so philosophisch zu bleiben Und die ganze Zeit so Ein auf Ja guck mal Der lässt mich nicht reden Und der wollte einfach nur nicht lesen Merkt ihr Ist das heftig Das war's Der Islam ist am Ende Ich hab das schon tausend Millionen mal bewiesen Aber ihr wollt ja nicht hören Ich hab das so Ich hab das schon Ich hab das schon Ja, das war's. Deswegen sagt ja auch Ali Dawa, die ganzen wissenschaftlichen Wunder sind widerlegt worden. Er hat dich als kein Mann und keine Frau betitelt, ja, ne, trans und sowas. Also er kam von Anfang an rein, hat sich die ganze Zeit irgendwelche Unwürdigkeiten. Ich habe das im Hintergrund gehört, wie der Gered hat. Dementsprechend habe ich mich schon auf den eingestellt. Das ist dieser Anthrazit. Der hat schon Tekfir auf den Hamdi gemacht, der hat Tekfir auf alle anderen gemacht. Der war auch bei mir. Das ist ein Anthrazit gewesen. Okay, alles klar, jetzt weiß ich. Deswegen hat er auch so geredet, wie so ein Kerl. Weißt du, was ich meine? Dass der Elgin Kassir so angreift und so. So ein richtiger Tekfidi. Also von irgendeiner Sekte, oder was war das? Ja, so ein Tekfidi, der auf alle anderen Tekfidi macht. Der sagt, das ist kein Muslim, das ist kein Muslim, und das ist kein Muslim. Also eins zu eins, genau so. Aber so sind die Muslime. Aber so sind die Muslime. Warte bitte. Sobald du eine andere Akhide hast, als die andere Glaubensgruppe des Islam, also die andere Sekte, da wird auf jeden Tag viel. Da stimmt sogar, diese Asheris und so machen, der Tekfidi auf diese Salafis und so. Und die machen das dann untereinander. Also das ist unglaublich. Und da sagt man immer wieder, ja, wenn der Islam herrschen würde, dann hätten wir hier so einen Frieden. Na, ihr könnt ja nicht mehr untereinander klarkommen. Das ist das. Aschariah und wie hast du nicht gesehen, ne? Die Achbarsch und so. Du willst also, dass die um ihr Leben fürchten müssen, obwohl sie Muslime sind, obwohl sie die Schahade aussprechen, obwohl sie so nach den Grundsätzen des Islams leben. Nein, ihr Blut ist nicht geschützt, wenn sie mit einer falschen Lehre daherkommen. So sieht's aus. Hört ihr mich? Hast du gesehen, am Ende sagt er so, warum hast du kein Benehmen? Du hast kein Benehmen auf einmal beleidigt, dir meine Mutter so. Weil der dachte so, die Leute, weil die können ja sowieso kein Persisch, aber ich kann ja Persisch. Der dachte so, das fällt nicht auf. Guck dir das mal bitte an. Super. Das ist unglaublich, ne? Also wie sie immer so persönlich werden, immer auf die Familien, immer physische Gewalt androhen und so. Ja, das Problem ist ja, du hast ja gesehen, dass er mit seinen eigenen Augen lesen musste, dass Eben Kaffee, der ist ja zehn Millionen Mal höher als er. Und dass er auf einmal sagt, dass die Frauen Spermien haben, das im Nackenbereich, also im Halskettenbereich auftritt. Was soll das? Was ist das bitte, Mann? Das erwartet man denn aber auch. Er finde ich ja auch bei mir schon im Livestream, dass ich verhalten habe. Das ist unglaublich. Und dann redet er vom Benehmen. Ich verstehe das einfach nicht. Also war er wirklich davon überzeugt, dass er jetzt gerade gutes, positives Benehmen an den Tag gebracht hat, oder was? Das war ja kein gutes Benehmen. Der kam hier schon direkt rein, ja, dieser Amir, dieser Feigling, der ist kein Mann und keine Frau. Ja, was sind das denn für Aussagen? Da hat er es gelernt. Seht ihr? Nee, dafür müssen wir... Leider kann ich das nicht lesen, Bruder. Kannst du es vorlesen? Ich kann es so machen, dann kann es jeder lesen. Ich kann es ja auch Deutsch übersetzen. Da sauge die... von... Allat. Also nicht Allah, sondern Allat. Hier, noch mal in ganz Form auf Englisch. Die zweite Reihe. Das steht... Das steht in mehreren Hadithen drin, mein Freund. Steht in mehreren Hadithen drin. Sayy al-Bukhari, Seite 309, Sayy al-Bukhari 308, Sayy al-Muslim 332. Ja, steht in vielen drin. Gib einfach Klitoris bei sunnah.com ein. Als wenn man da jetzt Klitoris eingeben kann und sunnah.com spuckt dir irgendwelche Hadithe aus. Weißt du, was sunnah.com ausgibt, wenn du Pidophile eingibst? Hab ich euch schon mal gezeigt eigentlich. Hab ich dir gezeigt? Hab ich es euch noch nicht gezeigt? Nee, ich hab's noch nicht gesehen. Pass auf. Eine Sekunde. So, also. Sieht man Search? Ich weiß nicht. Da ist das Search-Ding. Schau. Bin leider gerade klein. Guck mal. Ich gebe Pidophile ein. Okay? Pass auf. Pidophie. Pidophie. Okay? Ja. Pidophie. Pidophie. To search for profit. What? Du hast ja gerade Anthrazit gehört, also guck mal, der macht Tekfir auf den, der macht Tekfir auf den, der sagt, Asher, die sind keine Muslime, Hamdi ist kein Muslim, der ist kein Muslim, also, wer ist denn dann, bitteschön, noch Muslim, nach eurer Auffassung? Nur Anthrazit. Also, jeder mehr Muslim ist. Nur Anthrazit. Ich verstehe es halt eben nicht so, wie kann man denn untereinander so viel Hass haben, weißt du? Normal. Gewisse Diskurse sind ja voll normal, dass man miteinander debattieren möchte und sowas alles, aber dass man so einen richtigen Hass untereinander hat und sagt, nein, du bist kein dies, nein, du bist kein das, was ist das denn? Ja, dann hat sein Prophet doch einmal etwas korrekt vorhergesagt, prophezeit. Nach seiner Auffassung sind dann alle türkischen Muslime keine Muslime mehr, weil sie halt an einen anderen, beziehungsweise, der hat ja auch sogar Imam Al-Henefi da kritisiert, ne? Ne? Was ist das denn, Junge? Du lehnst ja einen der größten Imame ab, die es gibt im Islam. Du kannst doch nicht einfach sagen, dass der Imam Al-Henefi jetzt so kein Gewicht hätte oder so. In den ganzen Monaten auf TikTok, ganz ehrlich, nein, oder? Leider nicht, nein, absolut nicht. Ja. Das wirst du nicht nur auf TikTok erleben, sondern auch im Fernsehen oder auf der Straße, es wird überall dasselbe Thema sein. Wenn man sich seiner Quellen schämt, dann wird das Thema leider so bleiben, immer. Ja, das ist für mich unverständlich. Passiert aber auch bei Christen minimal. Ja, minimal passiert das auch mal unter unseren Geschwistern. Ja, das kritisieren wir ja alle, aber keiner von uns würde auf die Idee kommen, den anderen jetzt dafür so irgendwie mit Gewalt oder sowas zu tun oder sonst irgendwas. Weißt du was? Was sagt er? Ach, egal. Ich wiederhole das nicht. Ich gebe dem keine Plattform jetzt hier mit seinen dummen Äußerungen. Wer macht das bei uns mit Gewalt? Was redet die? Hey, Bro. Sorry, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber... Allein schon diese Frage ist ja schon so... Das ist unglaublich. Die Frage schreit förmlich danach, dass du den Islam gelehrt bekommen willst. Es gibt keine Gewalt im Islam, nein. Es gibt kein Händeabpacken in der Scheria, nein. Es gibt keine Köpfen in der Scheria, nein. Es gibt keine Todesstrafe für Murtadi, nein. Gibt es nicht. Existiert alles nicht. Nein, nein. Es ist alles gelohnt. Das haben Zionisten von zunna.com geschrieben. Was passiert? Ja, da sind die Muslime so am debattieren, weil das bei uns quasi so ja auch ein bisschen gewisse Sachen halt eben herrschen, so Meinungsverschiedenheiten. Ich habe aber halt eben gesagt, ja, aber bei uns herrscht wenigstens keine Gewalt untereinander. Keiner würde auf die Idee kommen, den anderen jetzt den Kopf abgeschlagen oder so, TikTok-sportlich. Und dann meinte er so, ja, wo gibt es denn Gewalt im Islam und so? Da habe ich gesagt, nein, es gibt keine Händeabpacken in der Scheria, es gibt keine Köpfe für Murtadi. Also es gibt diese ganzen Hutschrafen nicht oder wie man das auch immer nennt. Existiert alles. Alles ist zu entdeckend worden. Alles falsche Übersetzung. Ja, die verstehen nicht, die verstehen nicht, dass es keine Fitner im Land geben darf, so wie Allah sagt, und eine Gruppierung über die andere herrschen muss. Sonst gibt es ja Millionen von irgendwelchen Sekten, die da ihre Dings verbreiten. Also muss die eine Sekte, ja, muss Gewalt angewendet werden, wenn die nicht hören wollen. Verstehst du? So ist das im Islam. Ja, Amir. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Das ist bei dem Prinzip. Hörst du nicht, musst du fühlen. Wie findest du die neueste Äußerung von Ali Dawa? Wirklich geil, oder? Der hat den Islam zerstört. Der hat damit gesagt, ja gut, Allah hat Fehler gemacht, aber wir bleiben trotzdem Muslime. Guck dir das an. Was für eine Ausmaße das langsam annimmt. Wie lächerlich wollen die sich denn noch machen? Wie? Der Islam implodiert. Islam implodiert von innen heraus. Deswegen sagen so viele, ähm... ...Gelehrte, dass sehr viele Muslime den Islam anverlassen sind, aufgrund dieser ganzen Wahnsinn, was sich dort befindet. Sie haben alle... Sie sind doch nicht dumm. Muslime können ja selber lesen und ihr Verstand einschalten und nachschlagen. Und dann sehen die doch die Katastrophe. Es ist der Hass gegenüber den Nicht-Muslimen, die versuchen sie aufzuklären. Die lügen mich die ganze Zeit an. So heftig. Obwohl sie es eins zu eins auch vor ihren Augen haben. Da hast du so ein paar friedliche Muslime, sogar einen Großteil der Muslime, die ja so sehr liberal leben. Und dann wird auf die alle Tekfide gemacht und die werden dann alle ausgeschlossen aus dem Islam. Natürlich. Was denkst du denn? Das ist doch schön. Das ist das Beste, was passieren kann. Somit fühlen sich die Leute dann auch sozusagen quasi verraten und denken sich einerseits vielleicht, wieso sollte ich bei so einer Religion bleiben, die mich nicht mal an seiner Seite haben will und mich hier quasi als Verräter labelt. Vielleicht bringt das einen zum Umdenken. Vielleicht kann der Rob Christian uns das zeigen, dass dem Islam keine zwei, drei Gruppen übereinander herrschen, sondern eine Gruppierung muss über die andere herrschen. Er kann in die arabischen Schriften rein, um den Leuten das halt zu zeigen, wo sich das befindet. Mein rechter, rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir den Rob Christian herbei. Mal schauen, ob der ist hier drin. Aber ich weiß nicht, ob der die Anfrage der anderen... Komm her, Bruder, wenn du Zeit hast. Bitte, wir brauchen deine Hilfe. Wir müssen ihnen zeigen, dass nicht nur die liberalen Muslime... Du siehst ja, du siehst ja zum Beispiel, dass der Mohammed Abdul Wahab in seinen Büchern verzeichnet hat, dass selbst diejenigen, die nach den Glaubensgrundsätzen des Islams leben und quasi so die Schahade ausgesprochen haben, aber einigen Grundsätzen sozusagen nicht danach handeln, als Kuffar betitelt werden. Wahnsinn, ne? Selbst wenn sie die Schahade aussprechen. Und das erging auch der Banu Hanifa so, ne? Der, ähm, einer Gruppierung damals im Islam, die dann, äh, aufgrund von, ähm, islamischen Grundsätzen, also... Also, ich schaufe ihm die Tafseer von Ibn Kathir, dass er große Namen hat, wie Ibn Abbas und solche Namen, you know? Gott bless, Bruder. Gott bless you, guys. How are you? Ich bin gut, Mann. So you want to talk about the scientific miracles? There are no scientific miracles. No, he talks about the scientific miracles. Who is he? A guy who came here in my live stream and said, I don't have the knowledge of talking about this. I said, okay, I don't have knowledge. Let us read the tafsir. I'm an idiot, I'm stupid. But Ibn Kathir is also an idiot and stupid. Read tafsir Ali Dawah. Ali Dawah already explained all the ayahs in the Quran for science are all debunked. They are all destroyed by people like Rob Christian and Amir. So why this lies? There are no scientific miracles in the Quran. Everything is nonsense. Even Ali Dawah admitted scientific claims in the Quran are nonsense. They are now finally being honest about it, guys. Yeah. It's a lie. Rob, do you know about Sheikh Zindani? Yeah, let me tell you guys what happened yesterday. This is important. And thank you for the guy who reminded me about it in the chat. Yesterday, let let Amir come back and then I will tell Amir too. Because Amir must hear it too as well, guys. Because Hamdi was here. Hamdi was yesterday on TikTok and I talked to him. People need to know what happened. Yes, I wrote about it on Telegram. Somebody told me, did you see the live stream? And it was like 2 a.m. in Germany, you know. And I told him, no. Very late at your side. Yeah, it's very late in Germany. Most people were sleeping. I hope that somebody had recorded it or something like that so that we can show a replay. It's recorded. It's recorded. Judy has it. I think the rest of the... It was on... I think it was on Geist. And on Geist, his channel. So he... 100% he got it. Amir, Amir, listen to what happened yesterday, bro. You heard what happened with Hamdi? No. Was he in your live stream or what? Yeah, I was on the last stream of Geist. Geist and Judy. All of these guys were there. And I challenged Hamdi. Hamdi was also on the panel. He was talking and then I joined. I said, Hamdi, I challenge you for the debate. And a lot of things happened. And then he said, yes, I accept. But he didn't accept. He ran. Later he ran. Because I challenged him about Qawm Al-Zut. Qawm Al-Zut running Rasul Allah. I told him, do you accept? What is that? He said afterwards, no, he did not accept. He ran. First he said, I accept, then you ran. But what is it? Qawm Al-Zut? Yeah, we didn't schedule it. He doesn't want to do it. Okay. Brother, I have a question. I have a question. Yeah. Rav, I have a question. In Islam, it is forbidden to have other sects in an Islamic state. One sect has to rule over the other sects. Yes. Where can we find this type of topic? It is in the Qur'an, huh? Well, brother, which sect is the real Islam? I know, I know everyone of them, anyone of them said the true sect, but they fight over each other, you know? Yeah. Yeah. Even the Sunnis, even the Sunnis amongst each other, the Sunni, Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, that's what they call themselves. They fight each other, they call each other kuffar. Because if you talk about the attributes of Allah, specifically about his hands, his face, Allah has right hands, Allah has a face, Allah has a mouth, Allah has fingers, Allah has two right hands, they call each other kuffar. Salafi say, no, Allah is physical, Allah has really two right hands. And then the Ash'aris and the Maturidis, they say, no, 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 you are doing kuffar. You can't do that. So who are the real Muslims? I want to know who are the real Muslims. Brother, there was a guy, the guy before on the live stream, he told us that Imam Abu Hanifa, yeah, he is an Asheri and stuff like this, you know, that all of these tafsirs are all from Asheris and Maturidis and none of them are real Muslims. And this is like so fucked up because, TikTok Sportlich, if you look at this, because which sect from this 1,000 sects is now the real one, you know? How can we, yeah, accept one sect as our sect in this religion, you know? The real Muslims are the Salafis, to be honest with you, the real Sunni, I'm talking about the Sunni Muslims, are the Salafis. Why? Because they really believe that Allah is physical being. They believe it. Like he describes himself, like through Muhammad, who said he has a physical shin. Everyone will prostrate through the shin. Yeah, Allah looks like Michael Jackson. I showed you many times the hadith. So if the Maturidis and the Asheris are rejected, they have a problem with Rasul Allah himself. Because Muhammad saw Allah in the shape of a young man. And Allah has two right hands. And Allah has fingers. So maybe, who clips the fingernails of Allah? Rasul Allah himself or Jibreel? Who cuts the fingernails of Allah? He goes to the saloon? I talked with Sipi over this topic. He showed me in the Quran, where Allah said, you have to fight over the other sects, that no fitna is in the land, you know? And I'm not talking about Surah 839. It was an other surah who we talked about this. And I didn't know where I can find it, you know? Brother, brother, if we go back to ESES, right? Yeah, Daesh, yes. Yeah, Daesh. I don't want to say the word. But there's a reason why Muslims, why they even analyze the other Muslims. Because the moment you are a hypocrite, you are a bigger sinner than a kafir. Do you know that? Being a hypocrite in Islam, a munafiq, is a bigger sin than being a kafir. So for them, you must be analyzed. So who are the real Muslims? Who are the real Sunni Muslims in Islam? Which sect? Which sect? The Asharis, the Matiridis, the Salafis, the Hanbali, the Atharis, the Shafi'i, which one? Because all of them disagree. Yet, when we ask them how many Muslims are on this planet, they will say 1.8 billion Muslims. How you count them? How you count them? How you count them? How you count them? The Shia as well? Are you counting the Matiridis and the Asharis as well? So which one is the real? Which one? They are desperate. They are desperate. Yeah. Regarding brother, what you said about the guy who joined earlier. And by the way, to the Muslims in the chat, your boyfriend, Hamdi, he ran from me yesterday. He asked last night. Yesterday, last night, 2 a.m. 2 a.m. in the night, he ran from me. He did not accept the debate. So don't be too much proud about Hamdi. Don't call him a lion. Call him a kitten. Meow. Meow. He ran from me. Chicken. Chicken. Brother Rob, I love you. He did not accept the debate. Why is he not debating me? Why is your boyfriend running? The coward. Look, I challenged him about this debate. Give me the big screen, brother. Then I will talk about the backbone and the scientific stuff. Look, guys, I challenged him about this topic. Why did... Ah, when someone penetrate the Roman, huh? He ran. He did not. He didn't want to accept it. Why Qawm al-Zot? Why the naked black Qawm al-Zot ride Rasulullah on his back? Let me translate it for the audience, because they don't know English. Let them know what kind of chicken Hamdi is. Also, Rob Christian hat den Hamdi gestern herausgefordert, über das Thema zu sprechen, ob der Mohamed wirklich von irgendwelchen Leuten bestiegen worden ist. Also im Sinne von SEX, ihr wisst ja schon, ne? Ich hab euch gesagt, da gibt es ganz, ganz unheimliche Dinge da. In den islamischen Schriften, die war... Ja. Sehr, sehr krank. Mach mal, du bin dran, oder? Ja. Und der Hamdi, der hat diese Debatte nicht akzeptiert, obwohl er tausendmal in irgendwelchen Livestreams rumgebellt hat und den Rob Christian als so kranken abgestempelt hat, aber nicht einmal antritt zu einer Diskussion darüber. Merkt ihr? Also der Rob Christian ist bereit. Er sagt, okay, du denkst, das ist eine Lüge. Komm, wir reden darüber über das Thema. Und dann sehen wir, du bist ein Araber, ich bin ein Araber. Und dann lassen wir mal die Quellen für sich sprechen. Und der Hamdi möchte darauf nicht eingehen. Wahnsinn, ne? Da sieht man, wer wirklich Angst hat. Jalla, any Muslim, come up. Any Muslim who can defend the ass of his prophet, come up. Bruder, Al-Amir, da ist einer, der nennt sich Abdu in den Chat. Der will hoch. Abdu? Ja. Der ist hoch, hoch sagte er. Da ist er hoch, hoch, hoch. So, ich muss wissen, warum die Sheikh der Muslimen, Hamdi, von Rob Christian, wie ich. Du Call Us Kupfer, wir kommen die Betas, denn du musst den Muhammed aus der Rape protecten. The first one is the first one is saying, May Allah, here, May Allah beshtraff. Why is Allah brother? Amir, ask the Muslims in the chat, where is Allah? Where was Allah? Look, Allah is here behind watching. Do you see this is Allah? Do you see the horns? Look at the name, Allah. Do you see it? This is Satan Allah, yeah? He's watching how... Look at the, look at the, what is that spoon? What is that spoon? Look at Allah, look at Allah. Miss Kabul. So where was Allah? I mean there you see he's in the background. Why did he only watch when his Rasul, Muhammad, they ride him on his back? Why? Didn't Allah in chapter 15 promise that he's going to protect Muhammad? Where's the protection? Gibt es hier keinen Muslim, der mal hier reinkommt und das Ganze mal so aufdecken will, oder was? We have a Sahih Hadith. Why Muslims are such liars? We have a Sahih Hadith. Look guys, here is the Sahih Hadith. Look. Before you call us liars, we are not lying to you guys. Here is the book of Musnad Ahmad. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Investigation by Ahmed Mohammed Shaker. Okay? The Cairo edition. Right? Dar al Hadith. Al Qahira, Cairo, Egypt. Printed in Cairo, Egypt. Hadith number 3788. Sahih. Allah. From which year this book is, from which year? It's the classical one brother, the classical one. I am interested in, maybe this book is older than the Qur'an 1924 edition. No, 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 no. Oh yeah, for sure. For sure. For sure. That's for sure. The Qur'an of the house is 1924. So this one is older. Yes. Imam Ahmad bin Hanbal, he lived in the year, let's say around 9th century. 9th century. Can you imagine? 9th century. 200 years after Muhammad. Can you imagine a tafsir is older than the Qur'an? Yes. Yes. No, man. Now there is another one who wants to go up. Is it true, Rob? Is it true that they found some manuscripts written before Muhammad's prophethood? No, that's a lie, bro. That's a lie, huh? Yeah, that's a lie. Because you need to know, Amir, when you carbon date, this is a science behind it. Yes. When you carbon date the paper or the animal skin, the writing material that you write on, they can't carbon date the ink, the ink, you know, the pen that you write with, the ink, they can't carbon date it. So they can't know how old the ink it was. Now what people need to know is, animal skin, to make it into writing material 1400 years ago, it was really expensive. It was even more expensive than gold, right? So they used to keep blank animal skin until they write something on it. So yeah, the animal skin could have been very old, right? But the Birmingham manuscript that you are talking about, brother, is only two volumes. So basically, only four pages. Only four pages. So is there any Muslim guys? Hello, Sheikh Jabouri, how are you, brother? Abdul, Abdul. Yes. Are you a Muslim, brother? No, I'm not. Oh, you're not a Muslim. You're an ex-Muslim? Yes. Ah, okay. How did you find faith? Amar, you're an ex-Muslim? Well, I've already told my story in the lives, but I can do it again again. That started last year. I read the Bible. I read the Bible. I read the Bible. I read the Bible. I read it so, as I wanted to. I read the Bible. 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 habe gesagt, niemals werde ich das tun, nie mein Leben. Zwei Tage später habe ich es gemacht und ich habe mich so frei gefühlt wie noch nie. Also was mich am Islam zweifeln lassen hat, war die Kreuzigung und die Auferstehung. Es gibt außer biblische Quellen für die Auferstehung und das würde dann dem Islam widersprechen, weißt du? Weil der Islam hatte gefühlt für alles eine Antwort, aber nicht für diese eine Sache, für die Kreuzigung. Und dann mit den Hadithen, ich habe das immer so entschuldigt und so, ich hatte immer eine Ausrede gefunden, also mit den schlimmen Hadithen von Aber dann irgendwann, war ich einfach ehrlich zu mir selbst und habe eingesehen, dass es einfach nicht normal ist und dann habe ich übrigens einfach einen Moment auf den anderen habe ich einfach nie akzeptiert. Halleluja, das ist super, nochmal. Ja, das ist jetzt ein Monat her. Sehr froh für dich, Abdo, wir sind sehr glücklich für dich. Amen, Amen. Ja, er kam zu Christ, er hat Islam came zu Christus, weil der Kruzifixion, die evidente der Kruzifixion ist sehr, 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 sehr tief. Sehr, sehr 핥ig. Das ist warum ich kam zu worrying, in Jesus Christus. Because of the debate of Ahmad Didat vs. George McDowell. I was so fascinated about the debate. Oh, yes. Die Debatte habe ich auch geguckt, ja. It was my favorite debate. George McDowell was cooking Ahmad Didat. He was cooked there. Yeah. He was cooked there. Last time, brother, let me show you, since we're talking about the crucifixion anyway. Did you know that the Quran messed up really bad when it comes to crucifixions? Did you know that? What did you say, bro? Did you know that the Quran messed up really, really bad when it comes to crucifixions? Yes, I know. Because it makes God look like a hardcore deceiver. That's not what I'm talking about, brother. Give me back the big screen, brother. Let me show everybody how Allah is a jahil. And I'm not joking. The Quran misplaces crucifixions too early. Why? Because in the time of Pharaoh, look, chapter 7, chapter 20, chapter 12. Look at the ayah numbers. This is in the time of Pharaoh. We are talking about the Pharaoh of Moses, but also the other Pharaoh in the time of Joseph. So two pharaohs, okay? Two pharaohs. The time of Moses and the time of Joseph, Yusuf. But the problem is there were no crucifixions. Because look, Pharaoh is saying in chapter 7, also chapter 20 and chapter 12, ayah 41 here, 71. It says that Pharaoh says, I will surely crucify you. But brother, there were no crucifixions that time. Yes, because the Romans had a crucifixion, eh? The crucifixion came much later. Look, the first time crucifixions were introduced was in the year 500 B.C. But the pharaohs, the pharaohs lived, the pharaohs of Moses, the pharaoh of Moses lived in 1447 B.C. And the pharaoh of Joseph lived in 1800 B.C. In other words, the Qur'an crucifixions in the time of the two pharaohs are in the wrong place. Not only the wrong place, but also at least 1,000 to 1,300 years too early. So Allah messed up. Allah didn't know that crucifixions have started to appear in history in the year 500 B.C. So you have at least, at least 1,000 to 1,300 historical mistake. Ah, historical mistake. Da seht ihr mal, auch historische Fehler ohne Ende im Koran. Dass der Autor des Korans einen menschlichen Ursprung hat und einfach irgendwas da reinpackt, ohne sich zu bewusst zu sein, was da eigentlich da reingeschrieben wurde. Yeah, I mean, how can pharaoh say, I will crucify you, if crucifixion wasn't in Egypt? There was nothing called crucifixion in Egypt. Came in the year 500 B.C. Boom, boom. Ali Dawa said the scientific miracles are debunked in near, maybe in one week or so, he will also admit that the historic evidences are also debunked. Yeah, so Ali Dawa is right. All the scientific mistakes are debunked. An historical mistake. What's left? What's left? Ihr Muslime, verlasst den Islam. Rettet eure Seelen, man. Ihr Muslime, verlasst den Islam. Kommt zu Jesus. Rettet eure Seelen. Verlasst den Menschen, man. Oder die wachsen damit als kleinen Kinder auf. Historische Fakten sind auch wissenschaftliche Fakten. Nicht vergessen, historic facts are also science. That's why I say, historic facts are, scientific facts are debunked, then are also the historic facts, because they are science too. Now, guys, all of you know about the Tower of Babel, right? Yeah. Do you know the Tower of Babel in the time of Nimrod? The Tower of Babel, yes, yes, yes. They wanted to see God, right? They built a tower, right? The Tower of Babel. You know what the Quran says? Pharaoh, it was in the time of Pharaoh. The Tower of Babel was in the time of Pharaoh. Can you imagine? According to the Quran, the Tower... What I'm trying to say is this, guys. Maybe, you know, let me put it on the screen for the people who can understand. The Quran, guys, look. If we go to the Bible, this is the Tower of Babel. Do you see it? The Tower of Babel is mentioned in the book of Genesis, chapter 11, verse 1 to 9, for example. But in the Quran, historical mistake, historical error. Pharaoh is commanding Haman to build him the Tower. Try to convince me that the Quran is not a comedy book. Brother Rob, always show how the Kaaba was 1,000 years later, build it, and Mohammed is screaming it. Yeah, so you see, the whole Quran is a messed up book, guys. You see, remember those phone books in the old days, guys? The telephone books in the 90s are better than the Quran of Allah. The telephone books are better than the Quran of Allah. Sorry, brother. What was your question? The train that Abraham has built with his son, the Kaaba. But the dates the Quran and Islam gave are false, too. Because Abraham was dead already 1,000 years, you know? Brother, Abraham never went to Mecca, brother. I mean, Abraham stayed up north. On earth, there is 1,400 kil... Kilometres distance. How did Abraham go all the way to Mecca? Multiple arrows. He took Burak. He jumped on the back of Burak. Maybe. We know that Abraham always was flying with Burak to Armenia. He used to go to Armenia on the back of Burak. But only Mohammed. But that's a different story for another time. Brother, here is another historical mistake. Amir, look at this one. I'm sure you never heard of this one before. Do you see this guy? Do you see him? What is that? And we made a label for him, iron. Pay attention, guys. Focus, everybody. Iron commanding him, make full of ketten hemmed and calculate precisely the links, the ketens. But this is a disaster. Why? Because David lived in the year 1,000 B.C., before Christ. But the ketten hemmed came in the year 1,000 B.C., so 500 years later. Look, here in this surah. I mean, Allah is stupid. He doesn't know there were no ketten hemmeds in the time of David. This happened in the time of the Celtic. These are the English people, right? Now, let's say nowadays English people. Where did Abraham live? And where is United Kingdom? 500 years later, bro. Can you imagine? Allah, please tell me that the Quran is not a book from a man. Try to convince me that the Quran is a book of God. And brother, brother, show us surah 33, verse 50, tafsir al-kurtubi, how Muhammad made a verse to sleep with every woman who offers themself to the prophet. Yeah, exactly. Chapter 33, ayah 50. Yeah. This is a disaster, guys. This is a disaster. Everything in the Quran is a mistake. How many Muslims know this stuff? Do you think Hamdi knows this? Do you know Hamdi knows about the ketten hemmed? I think he knows. I think he knows. But he tried to hide the scientific and historical mistakes, you know? Allah is against you. Because what did Yasser al-Khadi say? What did Yasser al-Khadi say? You know that it's in your books. And the information comes not from Muslims. It comes from non-Muslims who are experts in Quran. Yeah. Brother, have you ever heard of Samaritans? Samaritans? Yeah, Samaritas, yeah. They were people who lived very close to the Jews, right? Look, brother. The Quran introduces a Samaritan too early, too early again. Watch. Chapter 20, Ayas 85-87 to 95-97. Allah said, but indeed, we have tried your people after you departed and the Samiri has led them astray. When you call someone a Samiri, he's from Samaria, from the people of Samarian, the Samaritans. Okay? So Moses returned. So Moses returned. In the time of Moses. They came, these people, the Samaritans, they came in the year 722 BC in the time of Sargon, the Babylonian king, the Syrian king, Sargon the second. So we have 700 years. And also this error in the Quran occurred because of the swapping that the Quran made with Mary and the sister of... You are so hard for you to understand. So you have to deal with yourself yourself. That you have to do. And I have the truth. And you will be recognized by the truth, if you search the truth. Also go to the knees and ask the Lord, that he will show you, that he will show you. And then he will show you, that Jesus Christ is the living God. Mashallah. 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 What did I say? This error with Maria and Maryam in the Quran, the error is also because the Quran of Maria and Miriam were both named Maria. And that's why I think that the Maria of Jesus of his time is the same as the Maria of Moses of his time. That's why the Quran also says, oh sister of Aaron. Just a second. Okay, let me do this guys. Let me explain what's going on because I can make it easier for the people. Yeah. What's going on is the following, okay? What is going on is the following mistake. In the Quran, go to the Quran regarding the Mary and Maryam mistake. Mary and Maryam, two different people. Why? Look. Chapter 3, Surat Ali Umran, Ayah 35. And let us continue reading. When the wife, pay attention to the wife, guys. The wife of Imran. Imran is who? The father of Aaron and Moses. The father of Aaron and Moses. When the wife of Imran said, oh Allah, oh my Allah. I have about to be in dedication. What is within my... So she's pregnant. Brother Amin. The wife of Imran is pregnant. Okay? And let's see with who? The wife of Imran. Yeah, the mother of Aaron and Moses. Yes. The wife of the father of Aaron and Moses. Right? The mother of Aaron and Moses. Ayah 36, read with me. And when she, the wife of Imran, the mother of Aaron and Moses, gave birth to her, a girl, a girl, she said, oh Allah, I have given birth to her, a female. Who is that female? And I have named her Maryam. This is the first translation. It says in the Arabic, Maryam. Look, Maryam. Maryam. Okay? So, disaster. Why? Let me tell you why. If you know a little bit about the Jews, specifically about the 12 tribes, you should know this because Allah, like Muhammad, is a jahil. Again, wrong. Muhammad and Allah do no history. Watch. The Levites, right, are the tribe of Levi. Because Jacob had 12 sons. 12 sons. His son Levi is the bloodline of the priests. Pay attention, guys. This is the bloodline of the priests. Muhammad thought that Maryam is the sister of Aaron and Moses. And the Islamic Isa is the nephew of Aaron and Moses. But he didn't know that the tribe of the kings, the tribe of Judah, the other son of Jacob, that's the real tribe of Mary and our Lord Jesus Christ. So, look, Muhammad's confused. The true tribes. So, with two disasters, disaster number one, guys, is 59. A real tribe. Boom, boom. Boom, boom. There you go. Did you catch it, Amir? What did you say? Did you catch it? Yeah, I know that. How easy it is. Ja, ich weiß es, es ist sehr easy zu lösen. So, wie kann man immer noch ein Muslim sein? Wie kann man immer noch ein Muslim wissen, dass das eine Erre in den Koran ist? Eine andere Erre! Aber was ist die Antwort von den Muslimen über diese Themen? Die Antwort ist, dass es ein Hadith ist. Sie immer zurück zu den Hadith. Es ist ein Hadith von Aisha. Ein Mann kam zu Aisha und sagte, Ja Aisha, die Koran hat einen Mistake. Listen, ein Mann kam zu Aisha und sagte, die Koran hat einen Mistake über Mary und Maryam. Und Aisha sagte, No, you're lying. So Aisha went zu Mohammed und sie told ihm, like always Aisha goes zu Mohammed und sie tells ihm. Yes, no problem. But Mohammed didn't know that the real Mary, the mother of Jesus is from this bloodline, from the tribe of Judah. So Mohammed confused, switched. So the explanation of Mohammed is wrong. Mohammed was a Jahil. Das ist die Koran. Das ist warum his Koran ist nicht von Gott. He wrote it together with his scribes. Das ist die Koran. Ja, das ist die Koran. Die Koran ist hier, nicht hier. Das ist die Koran. Das ist die Koran. Wir sind einfach drei Ex-Muslime drin, ich, der Adler, der Abdu, wir brauchen überall nur Ex-Muslime. Islam ist dying, guys, face it, you can't help it anymore, it's dying, it's game over. We used to play games, video games in the best, you go to a very difficult level and game over. Ich glaube, Sheikh Jaboudi ist auch, glaube ich, aus dem Islam rausgegangen, ne? Bruder, schon lange. Schon lange, ne? Eineinhalb Jahre mittlerweile. Ah, Alavaz, Alavaz ist Nebditsa. Was denkst du, warum ich mache, was ich mache, Bruder? Ich dachte immer, ich dachte immer, dass du irgendwie, ähm, einfach so zum Spaten und das Darm zerstöre. Ja, ich dachte immer, du warst so, du hattest nie an irgendwas geglaubt gehabt und dann kamst du irgendwann mal zum Glauben an den Herrn. Ich bin Gott sei Dank Christ. Christian Prinz hat mich rausgeholt, eigentlich. Hammer. Ja, ich konnte nicht, ich habe ihn angerufen, ich habe ihn angerufen, ich habe ihn angerufen, ich habe dort, ich kann, ich kann eine Debatte gegen ihn gewinnen, aber er hat mit mir gespielt, wie ein kleiner Kind. Er war mit dir, oder? Er war mit mir, und dann habe ich mich liefen, für, ich denke, ein oder zwei Monate, um als ein Muslim zu halten, aber dann habe ich mir gesagt, wie lange kann ich mich liefen? Und dann habe ich mich liefen, aber dann habe ich mich liefen, wenn ich mich lief für ein Leben lang und gehe aus dem Schulten. Es ist falsch, du kannst es sehen, geht aus dem Schulten und folgt den pure Jesus, der auch in den Koran beschreibt, das ist der richtige Weg, du denkst. Genau, ich wünsche euch allen Gottes Segen, ja? Ja, ich muss jetzt los. Gottes Segen, mein Lieber. Gott, ich wünsche euch allen Gottes Segen, ja? Gottes Segen, ja? Gott, Spaß bei uns. Gott ist das, dass du oft og Gott sagde uns sehr gut. Gott hefur della Sut Amir, du bist gerade, ist er abgehört. Ja, er hat eine Dive Connection. Dive Connection, gut da. Amir, Dive Connection. Check the story, it's not a PowerPoint, brother. I have only slides. I created these slides. You can download, you can find them in my videos. Everything you see is in my videos. Everything is there. Just type in Rob Christian, space, historical errors, and you'll get it. Yeah, Connection lost again. No, it's not. No, it's not. Do you hear me? Yeah, I can hear you. No, it's not. Yeah, I said, I hope that very, very much of the Muslims will come to Christ. And they see the lie about Islam, you know? Yeah. And the evidence about it. Yeah. Because they have to wake up until it's too late. Yes. The evidence and the lies are undeniable, undeniable, undeniable. Yeah. Guys, everything I'm showing you, you can find everything on my YouTube channel. Just go to my YouTube channel. Everything you can find. That I showed you earlier. Go to my playlist. Go to my videos. You'll find everything. I was talking, I was talking for past days with a Muslim who denied that that Aisha was 15 or 16 who has the period. He said that even Al-Asqalani made mistakes. He doesn't know what he's talking about. Yeah. I said to him, why he makes in this topic mistakes? Because it's too embarrassed for you. This is why he makes mistakes. Yeah. Just type in, guys. If you want to know these things, Rob Cushion and then historical error and you'll get everything. Don't worry. Just go to YouTube. Rob? Yes, brother. Brother, you know what came out? If you type in at sunnah.com pedophile? Pedophile? Type in at sunnah.com pedophile and then you will see what it gives out. Yeah. I don't know that. I don't know that. I don't know that. I don't know that. Mohammed? Mohammed, of course. Did you mean Prophet? Did you mean Prophet? Yeah. Prophet Mohammed. On their own side. On their own side. Zayn Khan. Yeah, Zayn Khan. Yesterday night, two o'clock in the morning in Germany, German time, Hamdi was with us. I challenged him for a debate. He didn't want to debate. So your boyfriend, Hamdi, he ran. He's a chicken. Yesterday, we would talk to him for 30 minutes and he didn't want to accept the debate. A moderate debate. Three minutes, three minutes for him, three minutes for me. He did not accept it. So stop. Stop defending a chicken. Your Hamdi is a chicken. Tuk, 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 tuk. He did not accept. Yeah, he can be alive now, but he's a coward. He's a waste of time. He did not accept my challenge. So stop being proud about a coward chicken. He's like this. Tuk, 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 tuk. Chicken. Yes. He runs from you. And also, brother Rob, and also... Guys, can you imagine we tried yesterday for half hour long to set up a debate? He didn't want to. What does that mean? It means he's a chicken. Brother Rob, also, look. You are Arab speaking, you know? Yeah. And I am not Arab speaking. And even I cooked him with the Nabi topic and he ran out, came one week later back and tell the truth and said, yes, Nabi is alcohol, but there is two meanings of that. He lied again. But how, when I win again him with no Arabic, how you will lose against him? Brother, brother, any Arabic speaker, this is not a topic of debate. Any Arabic speaker from the Middle East, when you ask him about Nabi, they immediately know it's about alcohol. It's alcohol. Done. It's not a topic for you, brother. Arabic speakers, they can't debate this, but they will try to like you because they know you don't know Arabic, so they will play a taqiyah game. It's a deception game. It's a game they will always play, but it's not working with us. Yeah. It's as if you're asking, does this look straight? Right? Look, for example, you ask this question. Is this straight or not? Does this look straight? That's the question about, or is it not straight? I mean, Nabi means alcohol. What's the stupid question? People need to debate about alcohol. There is a video on YouTube in which a Sheikh said, yes, Muhammad drank alcohol. He was drunk. Yeah. Muhammad used to do wudu in alcohol. Did you know that? Yeah. Wudu in alcohol. Yes, I have showed that too. Yes. It's in the Quran. Wow. It's, by the way, in the same night of a jinn, ha? Qawm al-Zutin. Muhammad did wudu in alcohol. Maybe that's why he saw the jinns coming to him. There was a party at night. When Abdullah bin Mas'ud and Muhammad were together, he gave him wine to do wudu in it. So Muhammad had fun with the jinns. You have 1,300 followers. If you are saying that, you can come up. Don't be shy. Come up. Rob, last week, Friday, there came some American Muslims here in my stream. They want to debate me. I debated them all. Did you notice that? No, I wasn't here. Sorry, I don't know. Because of you. Because they know about me now. Now, slowly, they say, they tried to catch them, you know? I'm bringing you new victims. They tried to catch me. They tried to take advantage about Amir's weak English. But he didn't know the weak English. Dive English, yes. Dive English. Yeah. By the way, Amir, you were Shia, right? I was raised and born in the Shia family, yes. Did you know about the young man? Allah is a young man. It's also in the Shia books. No. Yes, it's in Shia books as well. In Biharul. But don't show me Daif, don't show me Daif, Mursal. It's something like this. This is Bihar al-Anwar. You're such a liar. You're a liar. Have you heard of Bihar al-Anwar? The book called Bihar al-Anwar? Bihar al-Anwar, yes. It's the second source next to Al-Kafi. Yeah, yeah, look, so look here. It's in Bihar al-Anwar, look. Bihar al-Anwar, al-Allama al-Majlisi, jizz al-Rab'i, volume four. Nice to see. Yeah, page 39. 39. Yes, Ethan, yes, Ethan, cook my heart. It's also in Shia book. Allah is a young man. So it's not only in Sunni Islam, but also Shia Islam as well. Brother, can you write the source here in the commentary section? Look, look here. Bihar al-Anwar. Bihar al-Anwar. Bihar al-Anwar. By al-Allama al-Majlisi. I think Allah and Muhammad were twins. Read it for us. Read it. So let us put the translation. Let's see if it is going to work for everybody. The translation for it. Let's see what it says. The Shia make it even more worse. Brother Amir. Look, here is the book that I showed you. Here is the translation. Same website. I use Google Translate. Look, Bihar al-Anwar. Al-Allama al-Majlisi. Volume 4, page 39. You see? Same page. Look what it says here. So, so Muhammad saw. Muhammad saw Allah in the form of. It comes out a little bit funny, but you get the idea. in the form of a young man at the age of 30 years old. Allah is 30 years old. Shia. This is Shia, by the way. What do you think? Shia agree with Sunni. Shia agree with the Sunni. Bihar al-Anwar says Allah is a young man. He's 30 years old. Allah is a young man. Allah is a young man. This is Shia, but Sunni say he's even a younger man. He's much younger than that, because he doesn't have a beard like yours, Amir. The Sunni... What is the classification of this Hadith? Bihar al-Anwar. Haram. This is Bihar al-Anwar, Habibi. But now, when you ask a Shia, he said, no, it's naive, it's rejected. The classification, I know the classification for the Sunni one. Look, here's the Sunni Hadith, right? Sunni Hadith from the book of Shaykh al-Islam. Ibn Taymiyyah. Yes. Ibn Taymiyyah book. This is Sunni Islam, guys, watch. How Sunni and Shia agree, but it's a little bit different. Bihar al-Talbis al-Jahmiyyah. Jizz al-Sab'ah, volume 7. Hamdi loves this Hadith, okay? Bihar al-Talbis al-Jahmiyyah. Bihar al-Jahmiyyah. Yeah. Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah. Bihar al-Talbis al-Jahmiyyah. On page 290. Yes. Kama fi al-hadith al-sahih. Al-Marfooq. So, sahih connected to the mouth of Muhammad. Muhammad talking. It's very, very authentic. Super duper authentic. An Qutada, from Qutada, from Ikrama, from Ibn Abbas, Habr al-Ummah, Turjuman al-Qur'an, Allah, Muhammad said, I saw Allah in the shape, in the image of a young man without a beard, curly hair, wearing a green garment, green suit. What do you think, guys? This is why I'm telling the Muslims last week, I said, your God is a little man, he's a young man who has curly hair. No, he says, no, it's a lie. Read it, guys, read it for the people and translate. Rob, is this not the same description as the Dajjal? Yes. Crazy stuff. Young man, curly hair, looks like, he looks like Michael Jackson. Listen, now let me show you how Allah literally looks like, guys. I worked on my Photoshop skills. Look, this is Allah. Two right hands, two right hands, curly hair. Look, Allah, Allah. Okay? No beard. The beard just started to grow, okay? Very young, handsome-looking young man. No beard. Your beard is bigger than Allah's beard, Amir. Heavy. Allah doesn't have a boss beard yet. He needs to grow a boss beard. Hugo, boss beard. This is Allah, guys. Do you see it? Not me saying it. Muhammad saying it. Look. قال النبي رأيت ربي في سورة الشاب بن أمرت. Young man. صحيح. Boom, boom. Wow. Source, Beyan Talbise Jahmiyyah, Ibn Taymiyyah, Volume 7, 290. Volume 7, Page 290. Seite 290, Seite. Seite, Seite, ja, Seite. Seite, Seite. 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 Ja. Boom, boom. Boom, boom. Yalla, Muslims, come up. Why do you worship a young boy, Muslims? You always attack us Christians. You say, you Christians worship a man. But you Muslims worship a baby, according to your prophet. Allah is a baby. Do you think, Amir, do you think Allah had pubic hair? Pubic hair? Yeah, do you think? I think. No, he's young. A little bit. A little bit. A little bit. Only a little bit. This reminds me of Muhammad. Yeah, it's funny. Very, very funny. The Islamic sources are very funny. Yeah. The Islamic sources are very funny. You know, remember the story about Bani Qurayda, Amir? The Bani Qurayda tribe? The Jews? Bani Qurayda, yeah. The massacre of Bani Qurayda. Muhammad ordered the Sahaba to check in their panties for pubic hair. So maybe we should take the pubic hair of Allah as well. I know. Oh, they killed the kids, huh? Yeah. Amazing, bro. So we should check Allah's also in the panties of Allah. Maybe Allah has just started his pubic hair. I don't know. But they kill and decide to kill the people according to the Old Testament, huh? No, brother. Muhammad was bloodthirsty, bro. What Old Testament, what shish kebab? That means he has ruled with the ruling of Allah. Brother, no. He was the one who broke the peace treaty with the Jews. I know. With every tribe, he broke the peace treaty. Even with his own family. Because remember, when Muhammad created a peace treaty with the Meccans, with his own family, the tribe of Mecca, the Quraysh, they created a peace treaty for 10 years. And Muhammad broke the peace treaty after two years. Right? Do you remember Yasir Arafat, Amir? Yasir Arafat? Yeah, you remember him? Yes. The Palestinian president of Palestine. Yeah, exactly. Yasir Arafat, when they tried to make a peace treaty with the Jews, remember with Israel, the Arab world, the Arab countries, they said, Yasir Arafat, how are you going to make a peace treaty with the Jews? Yasir Arafat said, do you remember Sulh al-Hudaybiyah? My Muslim friends, my Muslim brothers, brother, do you remember when Muhammad broke his peace treaty with the Meccans? My peace treaty is like the Prophet's peace treaty. Don't worry. After a couple of years, we're going to break it. Don't worry. And the Arab nations, the Arab world, immediately understood what Yasir Arafat said. They immediately understood him. He's like his Prophet. You can't trust these people. Yes. Because they use Saqiyah. They say something and they mean something different. Exactly. Muhammad did the same. Every time they make peace, next day they will fire rockets at Israel. Brother, do you know the statement of Abu Hamza with this hook hand? Do you know him? Yeah, I remember him. From England, from UK, but he threw out of UK. Yeah, he was a good jihadi. He said, he said in one of his khutbah, he said, Allah is happy when you get, when the kafir get killed. You can't sell it in the market. Yeah, he looks like Captain Hook. He looks like Captain Hook, yes. He said, Allah is happy. Allah is happy when the kafir get killed. Yeah. Let's see. What was his name again? Abu Hamza. Abu Hamza. He looks very cute. Abu Hamza al-Masri. Abu Hamza al-Masri. Look at this cutie pie. Look how beautiful this guy is. look at the... Ah, yes, there he is. There he is, yes. Leute, that is the hardest Muslim from England. He called the Jihad, he took no blood from the mouth, he is not one of these Munafirin, who wanted to save his hand. He spoke like Anjum Chowdhury. Do you know why he is blind in one eye? Do you know why he looks like the Dajjal? Do you know that? Why? And he lost the hand. Why? Do you know, I mean why? Because it's still. He made a bomb. He made a bomb and he lost a hand and one of his eyes. He has some terms. The bomb went off too soon. He is a Jihadi, that's why. So, where was Allah to protect his hand and his eye? What happened? He looks like Captain Hook. Captain Hook. Captain Hook, yes. But I was so shocked. I was so shocked when I listened to his khutbah. He said, Allah is happy. Allah is happy when you kill the kafir. I mean, who is this Allah who is happy to get killed in the kafir? Brother, I mean, look, look how he's drinking water. Look, 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 look. Oh man. Oh man. I mean, I mean, look at, look at this clown, bro. Look at, anyway. Anyway. These people, bro. Do you think he will get a lot of Hour Al Ain in Jannah? What do you think? Looking like this. How is he going to have the Hour Al Ain with one hand? With one hand? Allah made the sand looks great again. How is he going, how is he going to do Wik Wik to the Hour Al Ain Wik Wik with the, with the iron thingy? Wik Wik. 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 How is he going to work, bro? I don't know. Don't poke me in the eye. Ah! Unbelievable, this. Unbelievable. these Muslims, bro. Anyway. Imagine, bro, the guy is sleeping next to his wife and at night he pokes her in the eye. Ah! Ow! Put away your foot, bro. Brother, imagine, brother, imagine what someone of us say to the audience, when you want to speak with us, you have to pay us $500, you know? Even when you pay us and then I will talk to you. It's amazing, huh? Ah, yeah, yeah, yeah. Unbelievable. like Muhammad did in Sura 58 versus 12. Sura 58 versus 12. Anyway, guys, I'll go down. Good bless you, Amir Habib. Okay. Today was funny. Thank you for your time. God bless you. Amir verbreitet Hass. Das sagt Rathen in Aachen. Das war heftig, diese ganzen historischen Katastrophen im Islam. Das Buch ist wirklich vom ersten Wort bis zum letzten Wort eine Katastrophe. Amir, wie hältst du das aus? Ganzen Tag live diskutieren? Ich weiß es selber nicht. Manchmal brauche ich echt, eigentlich brauchte ich richtig zwei Wochen mal Ruhe von diesem Ganzen. Aber irgendwie denke ich, dass irgendjemand ist da hier drin, der eventuell auf der Suche ist und der dann den Herrn Jesus Christus dann annimmt. Man weiß ja nie. Amir, sie fragt dich. Warum gehst du so auf den Islam? Warum ich so auf den Islam gehe? Ja, was soll das? Ja, was soll das denn? Warum machst du das denn, Amir? Warum lässt du eine Reaktion eines Tages umdenken, wenn mir das das Gebet den Fuß fasst? Und ich sage, wie kostet das Amir? Warum? Vielen lieben Dank für die ganzen Likes, ihr Lieben, dass wir immer in eure Position kommen und viele, viele Menschen erreichen. Gott segne jeden Einzelnen von euch eure Fingern, mit denen ihr die ganze getippt habt. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen und euch das Zehnfache zurückgeben, was ihr da gemacht habt. Euch das geben, was ihr braucht. Haltet immer, wenn Jesus Christus fest. Ihr seht, der Islam kann man gar nicht mehr Herz nehmen mit Sperma von Frauen in den Rippen. Dass das Sperma der Frau dünn und gelb ist. Ja, ihr müsst mal eingeben, Flüssigkeit, Frau, dünn und gelb. Dann könnt ihr mal sehen, was da rauskommt. Bei Google. Soll ich es aufmachen? Ja. Das war mein letzter Buch. Ich kann die Sachen einblenden. Zeigen Sie das? Ja. Du hast dich dumm geschaltet. Ja, ich musste kurz den Laptop hochführen. Zum Glück fährt er wenigstens schnell hoch. Jetzt. was ich vorhin in dem Ding gezielt habe. Guck mal, was passiert, wenn du das eingibst, Amir. Schau mal. was ist das? Wenn du pädophil eingibst und dann suchst, kommt als Ergebnis ist, did you mean to search for profit? Wusstest du das nicht? Wusstest du nicht? Helf nicht. Nee. Ja gut, ich weiß, aber der gibt dir dann halt eine Lösung. Weißt du das? Das ist ein dummes System. Sogar Pine in Texture. Geh mal bitte bei Google ein. Was ist denn diese gelbe Flüssigkeit? Gelbe Flüssigkeit Frau. Was ist das? Ich finde das so was. Water. Na, da haben wir es ja. Da haben wir es ja. Ich habe eigentlich das sofort übersetzt. Da haben wir es. Da haben wir es. Da haben wir es. Sogar gleich mit Deutsch drunter. Warte, ich mache ein bisschen weiter nach links, damit es besser ist. So ist besser. So ist besser. Ist so gut? Ja, nichts war. Okay, ich mache es gleich auf Deutsch. Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm sagte, das Wasser des Mannes ist dick und weiß. Ich glaube, das muss ich nicht erklären. Und das Wasser der Frau ist dünn und gelb. Wer auch immer von ihnen zuerst kommt, das Kind wird diesem Elternteil ähnlich sehen. Sehr gut. Da hat es Wissenschaft. Da hat es Wissenschaft. So, wir weitergehen auf den Hadith, wo er sagt, mit dem Eltern, der zuerst beim Sex kommt, dem ähnelt das Kind. Habe ich gerade eben schon gezeigt. ja, in Saimus dem 300 glaube ich ist das. Ja, dann kann man noch in die Tafsine reingehen, was die sagen zu diesem Dialog in Texture. Ist ja krass, jede einzelne Tafsine sagt ja auch dasselbe, gell? Ja, ja, klar, natürlich, klar. Bruder, welches Erlaubnis dann entweder ein Junge oder ein Mädchen wird, wenn beide Flüssigkeiten sich miteinander vereinen. Das ist unfassbar. Genau. Welche Suche im Koran war das nochmal, Bruder, die wurde sagt mit dem ich habe es vergessen. 86 86 6 bis 7 86 6 bis 7 guck hier bist du bei Eben Kaffee 6 6 bei Eben Kaffee du musst bei Eben Kaffee gehen oder bei Eben Abbas kein Problem Bruder ja stimmt geh mal auf Eben Abbas Eben Kaffee ich kann alle aufmachen hier Eben Abbas 6 hab ich auch gemacht hier na warte ich muss es kleiner machen weil das ist zu lange warte so das ist immer noch zu groß warte jetzt so jo jetzt haben wir es perfekt Allah erklärte es dann indem er sagte er ist aus einer sprudelnden Flüssigkeit erschaffen in den Schoß einer Frau und dann weiter auf 7 mir ja genau das was zwischen den länden hervorgeht eines mannes und rippen die rippen einer Frau wovon zum geier redet der man seht ihr der islam ist am ende der islam ist am ende und ihr muslime könnt euch glücklich schätzen dass ihr in europa seid und in ruhe eine entscheidung für jesus christus treffen könnt der islam ist geschichte der islam hat wissenschaftliche katastrophen da drin Allah ist nicht Gott und dieses buch muss auf der stelle verboten werden weil aufgrund dieses buch Menschen getötet werden und die muslime das ernst nehmen und denken das ist das Wort Gottes und bringen einfach wahrlos Menschen um ja meiner meinung nach auch auf den index meiner meinung nach auch wirklich auf den index also ganz ehrlich wenn so ein buch wie mein kampf wo ist der unterschied zwischen mein kampf und koran eigentlich keine finde ich auch ich finde wir machen jetzt langsam mal wir machen jetzt langsam wir sind schon wieder zehn stunden fast live das ist ja wahnsinn zehn stunden wahnsinn echt eben kaffee sagt auch dasselbe braucht man nicht extra zeigen da könnt ihr den arm und jeder von dem du kannst alkohol debier aufschlagen alle sind damit einverstanden dass es sich um Spermien von Frauen handelt du siehst das Mohammed selber in den Hadith sagt ja die Frau hat Spermien das dünn und kälte ist der Mann hat Spermien das dick und weiß ist und wer auch immer zuerst kommt dem wird das Kind edeln so Quatsch wird dann verbreitet genau und übrigens wenn eine Frau gelben Ausfluss hat dann ist das meist ein Zeichen dafür dass sie eine Geschlechtskrankheit hat und das ist auch etwas was mich bei Mohammed nicht wundern würde um ehrlich zu sein weil zu dieser Zeit ich glaube mal nicht dass es Kondome gab erstens und zweitens bei so vielen Ehefrauen und so vielen Sex Sklaven würde ich einfach nur ein zusammen rechnen dann hast doch eigentlich schon das Ergebnis dass er eine Geschlechtskrankheit haben müsste ich glaube sogar dass ich wünsche ich wünsche euch alles Gute möge der Jesus Christus euch segnen und beschützen möge der Herr sein Angesicht über euch leuchten lassen danke für die ganzen Geschenke danke für die Likes danke dass wir heute auch wieder sehr gut was gerissen haben der Jesus Christus bleibt der Sieger er hat den Tod bezwungen er ist auferstanden und hat der Schlange auf den Kopf getreten und er hat uns den Weg zum ewigen Leben bereitet und wir müssen nur Ja sagen Ja Jesus wir kommen zu dir Ja danke für dein Kreuzes Weg und wir nehmen es dankend an Danke Herr Danke für deine Güte Danke für deine Gnade Danke für deine Liebe Herr Danke dass Gnade